So, wir sind hier, wo wir gestern schon waren. Ich bin verreckt. Ich muss noch mal hier durch dieses Stockweg durch. Aber diesmal bin ich besser vorbereitet. Ich fühle mich frisch, wohl ernährt. Möge ich wohl sagen zu viel ernährt. Hier ist irgendwo was. Ich habe natürlich vergessen, welche Gegner Gegner waren. Wo bin ich? Hallo, 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 hallo. Jetzt nicht hier diese Geräusche. Na, jetzt nicht hier diese Geräusche. Das muss doch nicht sein. Hallo, Marco. Hallo, hallo, willkommen zurück. Es ist viel zu dunkel wieder. Ich würde sagen, die Dunkelheit ist leicht übertrieben. Ich bleibe dabei. Hallo, Anubis. Ich habe es bis zu diesem Drehding geschafft und da mich verreckt, weil zwei einfach auf mich zugekommen sind. Zu laut, zu laut, zu laut, zu laut. Was gab es bei euch zu essen? Bei mir gab es Reis mit Paprika und Gamba. Meine ich in den Schrank, den ich weggeschoben habe? Der ist da. Was gurgelt denn hier alles so widerlich? Ich muss alles aufmachen, weil ich mich auch nur in diesen Raum traue. Vielleicht finde ich auch irgendwo einen Speicherpunkt, damit ich den aktivieren kann, bevor ich dieses Ventil anmache. Irgendwie freue ich mich ja, wenn die Tür offen ist. Ah, hier ist der Raum. Hier war aber nichts, ne? Hier war alles chillig. Kein böses Hosentier. Gab es nicht irgendeine Comicreihe mit so Hosentieren? Ich denke irgendwie gerade an Olifanten, aber das ist wieder was anderes. Aber Olifanten hatten Hosen an. Und dann bei dem anderen Raum ist diese Tür aufgesprungen. Oh nein. Aber das war nicht hier. Bei mir gab es Bratkartoffeln. Na sehr gut. Das hatten wir auch gestern zu den Burgers. Burger. Hedge Goodman, hallo. Du bist pünktlich? Ja, ich bin noch nicht weiter als gestern. Ich muss noch den gleichen Bereich nochmal machen im Moment. Ah ja, da bin ich erschrocken gestern. Und hier ist schon der Raum. Ach, hier ist schon der Raum. Okay. Zahl vergessen. 306. Also, ich glaube gestern habe ich doch dann geschrien, die Offensive, die Offensive ist die beste. 306. Ist da oben. Und ich kann... Wie komme ich hier wieder raus? Hier? Der wacht auf. Hallo, 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 hallo. Hallo, jetzt mal ruhig hier. Jetzt hört er mal auf mich so innerlich zu erschrecken. Hallo, Fast Guy. Hallo, Olo Poto. Also, wenn ich dieses Ding wegnehme, kommen die... die Hosen. Ich rede nicht von den Toten Hosen. Die sind sehr, sehr lebendig. Und das war der heutige Toten Hosen Witz. Diese Tür springt auf. Da renne ich raus. Dann muss ich direkt da wieder raus. Und einmal oben rum in die 306. Hallo, hallo. Jetzt Konzentration. Oder ich kämpfe gegen die. Achtung, es wird laut. Winning, winning, winning. Failing, failing. Bin ich die gleiche Stelle jetzt wieder wie gestern reingerannt? Ich bin den gleichen Weg wie gestern gerannt. Ich bin den gleichen Weg wie gestern gerannt in die Sackgasse rein. Hä, aber der Weg... Habe ich mir nicht... Hä, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich habe doch gerade gesagt, ja und dann muss ich da, da, da. Das hat nicht so funktioniert. Aber gut, ich konnte siegreich meine Ehre bewahren. 306. Wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war alles verkehrt. Aber ja stimmt, da sollte doch eine Tür sein. Ach, das ist da nicht... Ach ja, hier wollte ich raus. Aber hier ist nicht eingezeichnet, dass ich da gar nicht rauskomme. Deswegen bin ich da falsch gelaufen. Wie denn dann? Wie denn dann? Äh, hier. Sind jetzt alle wach? Tatsächlich. Wow. Kann ich die Musik aufhören? Gute Nacht, Faulgott. Die Silent Hillen Hosen sind deutlich ertragbarer. Ich finde ein Lied von den Toten Hosen gut und das ist dieses Denkmallied. So ein ruhiges. 304. So, da ist 306. Was ist am Ende? Was, was, was? Du bist da reingekommen? Wo, wo warst du? Wo warst du? Wo war das? Stand die da die ganze Zeit an der Wand und ich habe sie nicht bemerkt? Weil dieses Fenster ist noch aktiv. Warum intakt aktiv? Was ist das denn hergekommen jetzt? Da drin ist auf jeden Fall was. Chilled. Ich will einen Speicherpunkt machen. Hallo Phoenix. Ich höre dich. Wo bist du? Ich höre dich. Okay. Okay. Viel zu viel Munition, die ich hier verschieße. Aber ich treffe wenigstens heute. Na klar. Klar wachst du auf. Okay, also die, die schon so kaputt sind, die halten echt weniger aus. Dafür haben sie Säure. Okay. Jetzt bin ich weiter. Geht doch ganz schnell. Ich will trotzdem nicht verrecken. Also Autosave. Es gab ja ein Autosave. Aber sie sind trotzdem selten. Immer nur, wenn ich in einem neuen Bereich bin. Not good enough. So, wir haben gelernt. Wir können da drunter. Ja. Cool. Ich drehe mich um 359 Grad. Um den Gegner zu erblicken. Mies. Ich hätte schießen sollen. Hätte ich schießen sollen? Steht sie da? Wo steht sie? Steht sie hier? Nein. Ich habe keine Angst. Ich will noch nicht drauf gehen dort. Wacht auf. Ich finde es so blöd, dass ich demnächst nicht in den Kopf schießen kann. Das bringt nichts. Hallo, Robinson Crusoe. Kruso. Wo? Hinter mir. Ich habe es doch gesagt. Das war schlecht. Das war Panik. Sobald man Panik hat, schießt man so schlecht. Ich habe gesagt, das Ding wacht auf und ich wundere mich. Meine schöne Munition. Wo ist die Hose? Wo ist die Hose? Oh, da steht sie. Hahaha. Das ist echt gut gemacht. Die verstecken sich so gut. Also es ist simpel. Simples verstecken. Aber schau. Da steht sie. Okay. So, also wie sie sich verstecken ist echt gut gemacht, finde ich. So simpel, aber halt steht einfach an der Wand. Und warte darauf, dass du in der Nähe bist. Ohne Munition ist es der Horror hier. Man hat echt so gut wie keine Munition. Und ich spiel noch nicht mal auf schwer. So, ich nehme das Ding jetzt wieder und dann geht da die Tür auf und dann rennt wieder was rein. Und ich habe fünf Schuss. Es wird wieder laut wahrscheinlich. Nein. Es war klar, dass sie es nicht zweimal hintereinander machen. Habe ich letztes Mal das Ding gar nicht genommen? Nein, ey, man nimmt es auch gar nicht. Man dreht es einfach nur. So. Du kannst auch Türen aufziehen übrigens, als Mensch so. Auf einmal geht die Tür auf. Nein. Getroffen. Ich warte jetzt hier. Die Musik ist weg. Die Radio ist auch weg. Das heißt, dieser dritte Schuss hat noch getroffen. Nein. Doch. Da liegt eine Hose. Okay, ich habe getroffen. Ich habe nur noch zwei Schuss. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will Munition. Shit. Bin ich jetzt nicht im Kreis gegangen? Ja. Okay. Grammophon. Aber ich habe ja nichts gefunden. Was soll ich denn jetzt im Grammophon? Habe ich dieses eine Rad mitgenommen? Ah ja, das eine Ventil habe ich mitgenommen. Das andere ist nur kaputt gegangen. Okay, dann kann ich das eine Ventil jetzt aufmachen. Hallo, Jacques. Das ist ein normaler. Der hält sau viel aus. Das ist ein normaler. Ich bin so ausgewickelt. Da ist wieder einer hinter mir. Ich höre es doch. Ich höre es doch. Ich höre es doch. Ich will einen Speicherpunkt machen. Hier krabbelt was, oder? Das krabbelt doch. Irgendwas krabbelt hier. So ein Krabbelgeräusch. Die Munition ist hier hart, aber es ist gewollt. Die wollen, dass man entweder durchrennt oder halt super vorsichtig ist. Da ich den Weg nicht weiß, kann ich nicht rennen, weil es gibt keine Speicherpunkte. Also doch gibt es, aber halt nur sehr selten. Wo ist das Tier? Was ist denn... Daaaah. Oh da. Aber hinter der Couch. Es sind einfach vier hier. Aber hier bin ich... Hier lässt es mich in Ruhe, glaube ich. Widerliche Geräusche. Aber ich muss da lang. Oh, da ist einfach noch eins. Warum sollte hier neue Munition sein? Ich finde hier nie Munition. Das ist ja zu mir krabbelt, weil da ist noch einer. Ich habe damals Silent Hill auf der PSP gespielt. Welches? Ich habe das hier damals gespielt, als es rauskam für den PC. Also da sitzt eine Hose. Das ist richtig scheiße. Ich könnte, glaube ich, ein Highlighter nehmen. Komm doch einfach her. Ich will nicht zu euch gehen. Bieg zu mir ab. Bieg zu mir ab. Oh, es biegt ab. Ich weiß nicht, ob der jetzt am Boden noch lebt. Wie sie ausweicht, die Hose. Ich glaube, am Boden lebt noch. Ist das Boden-Ding tot? Ich glaube. Okay. Easy. Ich glaube, ich habe zwei Schläge abbekommen oder so. Okay. Wo ist das Ventil? Bitte nicht mehr, Gegner noch. Das reicht. Und hier ist, glaube ich, da hinten. Ja. Okay. Nee. Doch. 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 Was? Nein. Ist da das Ventil? Jetzt ist es doch nicht hier. Ist das Grammophon? Ach, das ist das. Der Grammophon-Raum hat das Ventil? Okay. Dann geht jetzt hier wahrscheinlich die Action ab. Und dann sollte die Tür aufgehen. Die Tür geht auf. Okay, okay. Orientierung. Oder es kommt nichts. Gut. Schlüssel? Nee, es ist eine Uhr. Stundenzeiger. Ich glaube, ich muss eine Uhr finden. Das ist krass, wie wenig man sieht, aber doch sich zurechtfindet. Das finde ich faszinierend, wie man sich alles ausmalt, obwohl man es nicht sieht. Ohne Abkürzung, Leute. Das ist kein Grund zu erschrecken. Okay. Okay. Ich weiß noch, ob ich gestern gesagt habe, ich will jetzt wieder raus, da sehe ich was. Dann habe ich einen Schritt raus gemacht und war so, oh. Ich will wieder rein. Übrigens, so geil. Ich habe gestern im Stream geguckt, wo die auch da war, wo ich war. Und die Stelle, wo man die Waffe findet, habe ich ja gestern so drüber gelacht oder mich beschwert, dass mein Controller einfach von alleine geschossen hat. So von wegen, weil ich habe die Waffe gezielt und dann hat meine Waffe geschossen und ich konnte schwören, dass ich nicht auf Schießen gekommen bin, auf R2. Und das Gleiche ist der anderen Person auch passiert. Das ist so reinprogrammiert. Das erste Mal, wenn du die Waffe findest und du zielst mit der Waffe, schießt sie, um dich zu erschrecken. Das ist super gemein. Eigentlich super unlogisch, aber es ist sehr effektiv gewesen. Ich bin so erschrocken. Und ich habe... Und ich war so richtig wütend auch. Als ob mein Controller kaputt wäre. Also ich war hier schon. Okay, okay, okay. Ich kann hier speichern. Gott sei Dank. Endlich mal. Ist das Spiel eigentlich eine geschichtliche Fortsetzung? Nee, nie. Das ist wie Final Fantasy, wie Pokémon. Das sind alles einzelne Geschichten. Das ist nur der Franchise. Das sind immer die gleiche Art von Gegner, die gleichen Bosse. Also die Welt ist halt gleich. Aber wie viel Uhr muss es haben? Die Sounds sind super gut, ja. Und was ich gut finde, es gibt keine Jumpscares. Also es gibt Jumpscares, aber die passieren, weil Sachen passieren. Die passieren nicht einfach, weil das Spiel entschlossen hat, hey, ich... Ich mache einfach jetzt ein lautes Geräusch, um dich zu erschrecken. Gerade kann man erschrocken sein, weil die Feuerwehr, die Feuerrettungsleiter runtergegangen ist. Aber das ist halt einfach... Das passiert halt, weil ich den Hebel betätigt habe. Oder, ne? Also es ist... Ich erschrecke mich an den Gegnern, aber die Gegner kommen nicht einfach aus dem Nichts, um dich zu erschrecken, sondern die sind halt da. Ich bin selber schuld, wenn ich nicht die mitkriege soll. Hallo David. David. Ich bin's, der Sellit. Hast du dich umbenannt? Ich glaube, ich brauche noch einen Minutenzeiger, ne? Schätze ich. Scott. 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 Hier glaube ich steht's. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen auf die andere Seite. Doch Mildred kommt zu ihm leer. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Also das ist 100 pro, wie ich die Zeiger machen muss. Aber mir fehlt noch ein Zeiger. Weil Scott... Henry ist der eine Zeiger und Mildred ist der andere Zeiger. Henry im Sinne von Hours und Mildred Minutes, schätze ich mal. So, aber hier war ich ja überall. Nur... Hab ich den Schlüssel aufgenommen? Ne, das war... Ne, das war der Stundenzeiger bloß. H an der Tür. Genau. Wir haben noch das H an. Ich schätze, die Tür geht auf. Wegen H. Henry. Da ist M an der Tür. Genau. 211. Da kann ich nicht hin. Kann ich so 211? Bei 207. Okay. Puff. Keine Ahnung. Ich hab letztes Mal, glaube ich, bin ich nicht hier nach rechts gegangen. Ja, da war ich ja gerade. Irgendwo war ich draußen und hab mir gedacht, oh, da muss ich später noch hin. Ich hab vergessen, dass das noch alle zwei Monate dreht. Dass ich den Namen ändern. Ja. Wollt ihr nur einen Joke machen? Tja. Wird man nicht davor gewarnt, dass man den Namen ändern? Ich mein, das ist logisch. Das tut mir leid, David. Salat. Jetzt hast du den Salat. Hier, bei 207. Da war ich ja, ne, war ich nicht drin. 209. Okay, wie viel Stockwerke haben wir? Nur den hier. Und da war ich ja wirklich überall, oder? Sieht so aus. Aber jetzt noch ein kompletter Stock. Okay, wie komme ich in den Stock? Von hier oben bin ich gerade runtergegangen und war verstört. Dann hier. Ich schätze mal, dass jetzt hier keine neuen Gegner sind, oder? Bitte nicht. Bitte wacht nicht auf. Da war was. Oder war das schon wieder irgendwann? Ich glaube, das war nichts. Nee. Aber immer, wenn die Musik ein bisschen abgeht, glaube ich, dann bin ich auf der richtigen Spur. Das muss auch nicht sein. Habe ich wirklich nichts gefunden? Nee. Ich bin nämlich irgendwann raus und dachte mir so, okay, da muss ich später nochmal hin, weil ich bin nicht überall. Aber hier geht's hoch. Aber oben, ich kann ja jetzt nicht wieder nach oben gehen müssen. Kann auch sein, dass ich vielleicht den Stundenzeiger... Ah, wahrscheinlich muss ich den Stundenzeiger aktivieren, um eben in die H reinzukommen. Und dann finde ich dort M. Und dann komme ich in M rein. Und dann in M ist irgendwas anderes. Okay, lösen wir das Rätsel. Hallo, Prani. Wo ist die Uhr? Da. Okay. Ich kann einfach alles ausprobieren. Ich glaube, ich habe Stundenzeiger aufgenommen, was in meiner Logik Henry ist, wegen Haar. Henry hat Angst vor Scott und Scott stand daneben auf der Wand. Er sucht das Weite, er flieht ganz flink nach Westen. Aber wenn er nach Westen flieht, dann ist es links und es ist nah an Scott dran. Das verstehe ich nicht. Doch Mildred kommt zu ihm, leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Scott liegt ganz flach... Scott. Scott ist aber an der Wand. Aber hier steht Scott. So weit wie möglich von Scott weg, wäre er halt hier. Das stimmt natürlich nicht. Am Westen ist das hier. Das stimmt. Wow. Wenn hier Scott steht, das check ich nicht. Okay, ganz nach Westen war halt einfach der Clou. Heißt das, die Tür ist jetzt einfach offen? Diese Mechanismen, die die immer bauen, nicht schlecht. Ah, für Henry. Rüber. Da steht Haar an der Tür. Hä? Nein. Doch, hier steht Haar an der Tür. Da ist aufgegangen gerade, glaube ich. Oder war ich hier schon drin? Ich glaube, das ist neu. So warmen Licht glaubt man nicht, dass irgendwas Böses kommt. Okay, hier müssen Vögel rein. Das ist ein bisschen übertrieben, dass sie einem anzeigen, was man hier hin tun soll. Das muss nicht sein. Ich kenne auch noch die Momente, wo ich irgendwie bei irgendwelchen alten Verwandten war und dann waren da wirklich so diese riesigen Uhren, die dann wirklich so einmal die Stunde dong gemacht haben. Das fühlt sich so überflüssig an, so eine Uhr, ne? Unterscheiden sich die Rätseln nach Schwierigkeitsstufe? Warum hast du es bei einem anderen anders gesehen? Das war schon immer, glaube ich, bei Silent Hill so, dass die Rätsel haben eine eigene Schwierigkeitsstufe. Also ich kann fünf verschiedene Sachen einstellen nach Schwierigkeit. Kampf, Rätsel, da waren mehrere Sachen. Dann stecken wir mal wieder unsere Hand in leckere Sachen rein. Tiefer. Ich meine, warum sollte ich in die Toilette reingucken, aber in all den anderen Toiletten, die ich bisher gefunden habe, nicht? Es ist geil, dass mein Arm noch dreckig ist. Schön. Da war bei der Uhr was anderes. Kann gut sein, ja. Soll ich die Rätsel auf Schwierigkeitsstufe? Ich mag eigentlich Rätsel. Das ist die Kampfherausforderung. Vielleicht kann ich die Rätsel nicht mehr anders stellen. Vielleicht kann man nur das Kämpfen anders stellen. Bin ich nicht davon da gekommen? Von wo bin ich gekommen? Ich bin doch... Bin ich ernsthaft? Ich bin doch von da gekommen. Hat sich jetzt in der Zeit zum Gitter hingemacht. Das verändert sich schon alles. Stimmt, das Zimmer ist jetzt abgefuckt. Das war ein wunderschönes Zimmer. Es ist jetzt abgefuckt. Aber hier bin ich reingekommen. Und es ist jetzt auch noch zugegst. Jetzt verändert sich schon alles. Da ist ein Vögelchen. Hallo. Ey. So ein Projektil. Ist doch ein bisschen sehr weit gekotzt. Ein bisschen sehr weit gekotzt. Noch was? Ich habe den anderen Zeiger gefunden. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich die andere Uhr lösen. Oder die gleiche Uhr. Ja, das war eine ältere Version von dem Zimmer. Ich weiß doch nicht, wohin. Wippe? Jupp, jupp, jupp. Jetzt muss ich einmal... Ach, jetzt bin ich hier komplett neu. Weil ich da nicht zurück kann, wo ich hergekommen bin. Geil. Ich bin zuerst runter. Ne? Ne? Was wäre ich denn da? Gott, nicht so schnell. Ich werde immer da rauf, dass ich abpralle und nicht rein kann. Oh, war da nicht noch was? Muss ich die auch noch zusammenbauen, die Figur. Ich wusste es. Wie ich trotzdem erschrecke. Ach, sogar zwei. Shit. Sagt mir nicht, ihr habt die gesehen. Also, ich habe sie gesehen, aber ich erschrecke trotzdem, Mann. Das meine ich. Es gibt keine Jumpscares. Die Jumpscares, an denen ist man selber schuld. Gott. Die war nicht schlecht. Wo war die andere? Wahrscheinlich hier oder so. Die eine stand hier. Ich habe sie gesehen, aber in dem Moment, wo man sie sieht, sehen sie einen auch. Sanyala fragt, welches Pokémon-Spiel am besten ist, das Sanyala spielen sollte. Ich habe wieder die Taschenlampe aus Panik ausgemacht. Oder gehen die vielleicht manchmal einfach aus? Wenn du nur eine Switch hast, würde ich Legends Arceus dir empfehlen. Ich weiß halt nicht, was du magst. Und jedes Pokémon-Spiel auf der Switch ist anders. Alle Spiele, die auf der Switch draus sind, sind komplett anders. Schwert ist anders, Karmazin ist anders, Legends Arceus, BDSP, Snap und Ding. Rescue Team sind alle anders. Also, ich weiß nicht, was du magst. Es gibt kein einziges Pokémon-Spiel, das dem anderen ähnelt auf der Switch. Also, ich weiß mit Legends Arceus, weil es das Beste ist. Das ist neu. Das klang so realistisch, weil auch so, du verstehst kein Wort und du verstehst es irgendwie schon. und du verstehst, sowas. tailor oder Unheim Wir decir, Ich trau keine Ecke mehr. Warte mal, in welche Richtung zeigt... Da, wo mein Charakter hinguckt, oder? Ja. Hab ich eigentlich schon mal... Oh, da steht aber was wirklich. Hab ich schon mal probiert, den Lichtschalter eigentlich zu aktivieren? Aber da so, wenn man so guckt... Wenn man so guckt, ist da einfach eine Figur. Und wenn dann mein Licht draufkommt, dann nicht mehr. Und jetzt? Ich schieße da jetzt nicht. Aber ich renne. Ha, okay. Aber cool, die nehmen das an, dass das passiert. Deswegen schlägt man da so... Ach nee, das ist Grafikfehler. Okay. Okay. Come here. I'm ready. I'm ready. I'm ready. It's just dark, but dark. Oh, there's a hole. I'm out of here, but too much. I have no place to get out of here. No, no. Hey, Lars, denke ich, Platin, oder? Sanyala, nein. Was redest du da? Das hat nichts mit Platin zu tun. Achso, doch ist Platin, ja. Aber es ist nicht Platin. It's go evil, die sieht süß aus. Ja, aber du musst die Bälle mit deinem Controller schmeißen. Du kannst keinen Pro-Controller verwenden. Ich hoffe, du weißt das. Der Horror. Ähm. Dann gehe ich mal zurück. Aber wie? Das war das doch... Ah ne, doch, da komme ich ja zurück. Zu der Wippe komme ich ja zurück. Ach. War das nicht hier? Ach. Schön. Achso, ich muss die woanders hinsetzen. Ah, okay, 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 okay. Okay, dann macht es Sinn, dass es diese Umrisse gibt. Und... Ach, da ist der Schlüssel drin. Ach, da ist der Schlüssel drin. Aber es gab... Also es sieht ja jetzt alles so aus. Aber es gab gar nicht diesen Moment, wo sich alles so von der Wand abgeblättert hat. Kommt es noch? Woanders rum? Oh? Hm? Ist da irgendwas besonders? Okay, das ist jetzt aber wieder der letzte Stock. Ich will wieder raus. Ich will, dass Tag ist. Es ist wahrscheinlich nur Nacht, weil ich in dieser Parallelwelt bin. Es kann eigentlich noch gar nicht Nacht sein, oder? Ich schlag mich schon besser. Ich hab die ganze Zeit Heil-Items. Ich will nicht von alleine zugehen. Wer liebt sie nicht? Ich will noch mal hier. Die Frau mit dem Messer spielt, genau. Hallo, Illusion. Wir lieben. Wir lieben. Was ist das Punkt? Es ist einfach nur zu gehen. Vielleicht ist es alles, was wir deserveieren. Wir? Ich bin... Ich... 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 Wir sind alle das gleiche. Ich bin nicht wie du. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured, because this is where you're looking for her. How else, Sivaniel? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Mit der falschen Haarfarbe. I'm sorry. No, it's okay. I don't know why I think she's here. She... She... She died three years ago. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No. I'm sorry. I've been bad. Please don't. I'm not sure what you said. She's a little small. She's a little bigger. She's a little bigger. Resilience? What is that a resilience? 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 weißt du warum du kein großes bild dabei hast weil du ein handy hast weißt du warum die hier ein großes bild dabei haben weil sie kein handy haben weißt du warum in vielen amerikanischen oder allgemein filmen leute kein handy haben oder generische handys damit du nicht sagen kannst dass diese filme alt sind oder neu sind reise geld handys technik den vielen filmen einfach weggelassen damit sie nicht einer epoche zugeordnet werden können damit sie nicht alt werden deswegen haben sie große wälder dabei vor allem suche ich nach hier was ist das ich meine ich weiß was es ist aber ich guck kurz so was ist es du öffnest deinen anhänger so ein herz anhänger um deine brust wo so ein bild von mir drin ist resilienz willkommen was auch immer du bist resilienz lange kein gegner mehr gehabt muss man eigentlich muss man eigentlich mal die batterien der lampe austauschen nö nicht in so einem spiel nee nicht in dem spiel das ist nicht das gameplay das gameplay ist dass man sich zurecht finden muss nicht dass man auch noch ressourcen finden muss die ganze ressource hier ist munition ich glaube irgendwann gibt es noch eine schrotflinte spät und natürlich heilung von hier ein bisschen viel rumliegt und ich angst habe also inzwischen sind wir wirklich in der anderen welt das kannst du mir nicht erzählen ich hoffe wir bekommen noch diesen geilen übergang oder war der übergang nur im film moment da vorhin habe ich munition aber dann liegen gelassen oder ne die habe ich genommen ok S da müssen wir rein genau d d d d d d Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich höre dich doch Okay, vielleicht ist es nur Wasser, aber Hallo, ich finde ja, alle sollten First Shot tot sein, wenn man sie entdeckt Und dich so entdeckt Wild Für immer zusammen 16 Nummer 16 Da gibt es keine Nummer 16 Vielleicht ist 16 der Code Habe ich nicht auch Gestern in dem fetten Hotel Oder Wohnzimmer Komplex So ein digitales Pad gehabt Was ich nicht öffnen könnte Vielleicht werde ich da wieder sein In der Resilienz Und Ah, ist er wieder hier Oh, darf ich da speichern Darf ich da speichern Speichern Mein Barker, das sei, dass ich Ich habe noch gar nicht den anderen Zeiger eingesetzt Ich habe ja alles gemacht, um wieder hinzukommen Haha Der andere Zeiger Ich habe noch Ich weiß ja nicht wohin Flach irgendwas Doch Mildred Kommt zu ihm Leer ist ihr Gesicht Scott liegt ganz flach da Sieh ihren Abstieg nicht Sah ihren Abstieg nicht Das verstehe ich nicht Henry hat Angst vor Scott Er flieht sucht nach weiter Er flieht ganz link nach Westen Auf die andere Seite Doch Mildred Kommt zu ihm Leer ist ihr Gesicht Scott liegt ganz flach da Sah ihren Abstieg nicht Doch Mildred Kommt zu ihm Leer ist ihr Gesicht Scott liegt ganz flach da Sah ihren Abstieg nicht Mildred Kommt zu ihm Achso, dann ist Mildred Einfach komplett auf der anderen Seite Nope Okay Warum Warum war es die 2? Also Ich verstehe das nicht Warum Warum das manchmal so ist Ähm W an der Tür M an der Tür Da können wir jetzt hin Ist auch die einzige Sache Die noch fehlt Aber jetzt können wieder überall Gegner sein Immer wenn man irgendwas im Spiel schafft Und das war für mich Silent Hill damals Und Resident Evil auch Aber Silent Hill damals noch viel mehr Immer wenn man irgendwas im Spiel schafft Aktiviert Was auch immer Heißt das Um jede Ecke Um jede Ecke kann wieder ein Gegner sein Und das ist jetzt dieses Mottenzimmer Stimmt Daran kann ich mich sogar erinnern An das Mottenzimmer Jemand Problem mit Motten Ich finde Motten sind sogar noch cooler als Schmetterlinge Wobei Ich nehm's zurück Motten sind cooler Schmetterlinge sind schöner Hier sind keine Gegner Aber coole Warum kann ich die anschauen Oh das ist der aus Schreien der Lämmer Leute Wer hat Schweigen der Lämmer gesehen 1995 Äh ich weiß nicht den Regisseur Aber hier Die sind ein bisschen groß Die Schweigen der Lämmer waren nicht so groß Ich glaub das ist ein bisschen übertrieben hier Ah ok das ist ein Rätsel Und ich muss es checken Welche Nummer Jaja ok Das machen wir gleich Nachdem wir Hier drin waren Da sehen wir Ah das ist wahrscheinlich die Anzahl Von dieser Art von Motte Die man findet Also Skull ist schon zweimal Weil Scott flach lag Aber Milbred nicht Aha ok Und dann ist quasi so Die zwei drüber gelehnt Okay Ich war hier noch drauf Ich kann mich nicht erinnern Dass Gegner an den Binnen gekrabbelt haben Aber das wäre noch Richtig mies Weil ich guck nie an die Decke Wenn das irgendwann anfängt Dass da In der Decke was ist Ja hier hab ich reingeguckt Ok also das ist jetzt Quasi so ein Rundgang Weil die da scheint nicht wichtig zu sein Aber die mit dem Ich kann es nochmal weiterschieben Vielleicht ist die doch wichtig Ich schätze sehr stark Dass ich einfach der Anzahl Von diesen Motten Eingeben muss In der Reihenfolge Und ich brauche Mond Totenkopf Oh Gott Kann ich ein Stück Papier holen Oh mein Gott Mathematik Mond minus Kreis Totenkopf plus Kreis Kreis minus Totenkopf Also Totenkopf ist zwei Bisher Das ist definitiv Mond Und das ist Kreis Zwei Kreise Ein Mond Zwei Kreise Ein Mond Drei Kreise Zwei Mond Zwei Kreise Drei Kreise Aber ist das nicht dann hier auch? Sag nicht ich muss die Monde zählen Die tatsächlich Sichtbar sind Weil das sind zwei Deswegen sind die Flügel abgerissen Vier Also vier Fünf Das andere war kein Kreis Fünf Oder sind hier noch irgendwo welche? Fünf Monde Die Frage ob das zwei oder eins ist Ich glaube es sind zwei Fünf Monde Drei Totenköpfe Fünf Nein Fünf Kreise Drei Totenköpfe Zwei Vier Zwei Vier Acht 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 Fünf Drei Acht Fünf Drei Acht Fünf Drei Äh Acht Minus Acht Minus Fünf Ist drei Drei Plus Drei Zwei Zwei Okay Ich weiß nicht mehr was was ist Mond war acht Acht Minus Fünf Ist drei Drei Plus fünf Ist acht Und fünf Minus Drei Ist zwei Okay stimmt nicht Also sind hier noch mehr Oder ich check Ich hab mich verzählt Das sind vier Wie viele Monde Vier Sechs Kann sein dass der eine Dann nur sieben ist Kann sein dass das nur sieben ist Aber da waren zwei Er hat doch zwei Flügel Das sind acht Und Kreis war Eins Drei Fünf Außer es gibt noch mehr Oh gut dann geh ich jetzt Einmal nochmal hier rum Vielleicht waren da noch Irgendwo welche Anzahl der Motten Das wär Das war der erste Gedanke Ich find gut Dass ich schnell drauf gekommen bin Dass es die Flügel sind Weil deswegen sind ja Flügel abgerissen Also ich wär richtig sauer Wenn das jetzt die Anzahl der Motten ist Kann natürlich sein Aber es wär richtig blöd dann Ist das der Schwierigkeitsgrad dann Dass ich auf leicht Muss ich die Motten bloß zählen Weil das sind zwei Das sind zwei Halbmonde Oder zählt nur die Richtung Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das zählt doch nicht nur die Richtung Sag nicht Das zählt nur die Richtung Weil auf dem Ding ist der Mond nach links offen Hör mir auf Das darf nicht sein Weil dann wär's ja nicht Dann wär's ja nicht fünf Sondern Äh acht Sondern Nee das können die nicht machen Hey aber dann stimmt's Dann stimmt aber meine Mathematik Hi Uwe So will jemand einen Tipp geben Der ist weiß Mach ich was komplett falsch Sind es nur die Motten Muss ich die Monde In der Richtung Nur zählen Was ich komplett übertrieben fände Oder hab ich einfach Eine Motte noch nicht gefunden Soll eine Fotografie Soll ich gut Spear, das soll Verspricht Sup hab ich falsch gerechnet es war 8 5 3 8 minus 5 ist 3 3 plus 5 ist 8 5 minus 3 ist 2 bei manchen Mondfügeln sieht man manche Monde nicht komplett ja aber das muss ja eindeutig sein oder zählen wir die Flügel zählen wir die Motte zählen wir die Symbole die wir sehen oder zählen wir die Flügel die noch da sind wenn wir die Flügel zählen die noch da sind dann hat das hier nicht 2 sondern 4 das finde ich noch am nachvollziehbarsten weil dann sind das auch 4 4 8 das sind dann 10 geht das überhaupt 10 bei Kreis nee das geht nicht weil dann wäre ich 13 das geht nicht das geht nicht ich finde es auch interessant dass das Symbol selber hat einen Kreis mit einem Punkt in der Mitte aber keine von denen haben einen Punkt in der Mitte der Kreis hier hat einen Punkt in der Mitte aber die haben alle keinen Punkt in der Mitte ich check's nicht Buffalo Bill liebte auch Motten großartiger Film einer der besten Filme jemals ich kann ein paar Zahlen einfach ausprobieren es muss um das Symbol gehen wenn es nicht um Symbol geht dann wäre das auch eine 4 dann hätte ich bei dem einen 12 es geht nicht du kannst nicht 12 eingeben oder 12 plus es muss okay wenn es nur um die Motte geht aber wenn es nur um die Motte geht ist es so ein Bullshit dann wären es nämlich 3 3 3 es gibt von jeder 3 und dann ist es langweilig dann wäre es 3 minus 3 0 geht nicht das geht nicht ich muss eine Motte irgendwo vergessen haben ich war überall also wer mir helfen mag hilft mir weil ich habe meines Erachtens das Rätsel gelöst das Spiel ist anderer Meinung soll ich nochmal zählen 2 ich sehe noch nicht mal ob man auf dem anderen es sieht zählt es als Kreis dann sind das hier 4 6 mache ich mal das was es wenn es 6 wäre dann wäre das hier 2 und das hier wäre 1 mehr nö 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 warte das wäre 2 das wäre 1 mehr und das wäre auch 1 mehr nö zähl nochmal ok oder die Motten zählen 2 Kreise ein Kreis oder zählt dieser halbe Kreis da 3 ich soll alle Mottenarten zählen ok 3 verschiedene 2 2 Kreise 3 Kreise 2 Monde 3 Monde es sind nur es sind nur 2 mit Skull es sind nur 2 Skull es ist jetzt wirklich die Mottenart das wäre jetzt so scheiße äh Mond das stimmt dann aber und dann ist es hier 2 plus 5 7 und hier 5 minus 2 3 ich hasse dich ich hasse ich hasse das ich beende jetzt das Spiel und stelle die Schwierigkeit des Rätsels auf hoch ich glaube ich bin zu intelligent ich wette mit dir wenn ich den Schwierigkeitsgrad der Rätsel hoch stelle was ich tun sollte beim nächsten Speicherpunkt dann wäre das richtig gewesen was ich gemacht habe ich sage nicht zu kompliziert denken nein warum warum reißen sie dann manchen die Flügel aus das ist doch dann das was es ein bisschen cooler macht ich habe mich nicht verzählt ich habe von Anfang an gesagt es geht um die Flügel es geht um die Symbole die ich tatsächlich sehe nicht um die Art der Spiegel und lass uns wieder in eine eklige Wasser reinfassen mit es ist Sekunden bestimmt Sekunden kann ich auch noch benutzen Mottenraum dann gehen wir jetzt wieder zur Uhr ich stelle die Schwierigkeit zu den Rätseln jetzt echt hoch wenn das geht vom Option vielleicht geht es nicht vielleicht geht es echt nur wenn man ein neues Spiel startet gemein weil es ist klar dass es nicht geht weil dann würde ich ja jetzt das Rätsel ändern während ich drin bin Rätselstandard da steht es Rätselstandard scheiß auf Rätselstandard es ist viel zu einfach es macht es kaputt ich kann es echt nicht ändern also wie auch wobei man könnte trotzdem sagen das nächste Rätselbild hat anders weil hier bei Gameplay ist nur Kampfherausforderung Interface das geht nicht schade es stört mich jetzt es war viel zu einfach oder es ist nicht zu einfach es ist einfach es ist zu 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 simpel es ist zu einfach Leute ich war gerade bei einem bei einem Rätsel was ich voll logisch geklärt habe und dann war es die simple für Dummi Version die ich natürlich nicht sofort gecheckt habe weil ich fife hat bin hallo an angeradet Dankeschön hallo Raffo hallo Flohmarkt hallo Elbarto Rodriguez hallo Axaran hey Presslufthamster hallo es geht seid ihr auch alle müde und geht jetzt schön in die Haia hoffe es sei denn es gut geworden es ist sehr gut geworden ich ärgere mich nur gerade dass ich ein Rätsel nicht sofort gelöst habe weil es war wirklich zu einfach ich habe gesagt nein das wäre zu einfach wir machen es auch schwierig und dann war es das nicht es war das einfache man kann die Schwierigkeiten von den Rätseln einstellen ich habe sie auf Standard gestellt ich hätte sie hochstellen sollen das ärgert mich jetzt ich weiß trotzdem nicht wo jetzt der Sekundenzeiger hinkommt ach der Sekundenzeiger ist Scott das heißt der Sekundenzeiger ist hier easy wenn ihr auf jeden Fall nicht ins Bett geht könnt ihr gerne noch hier ein bisschen mit gruseln es ist tatsächlich und ich spiele es sehr langsam das Spiel es ist tatsächlich sehr gruselig es sind keine Jumpscares aber die Jumpscares passieren automatisch weil die Gegner echt mies sich verhalten ich leere nein ich hasse es zwei Spielstände zu machen und dass man sie nicht aus dem Menü heraus löschen kann vielleicht ist da unten jetzt essen ruft so später stund einen guten Mund an danke dir guten Appetit wir gehen jetzt zum S S ist wie bin ich noch mal runtergekommen ich bin durch hä wie bin ich wieder hochgekommen warte mal was es ist da wo hier wie bin ich da runtergekommen ich bin in das Loch gesprungen in Zimmer Nummer M ne da wo ich gerade herkam wie bin ich da wieder hochgeklettert M war Mottenraum ne dann hab ich da nicht Demon Slayer ist super Demon Slayer ist Rotze Kacke Rotze Kacke ist der Demon Slayer wo ist das Loch warum steht hier kein hier Loch bitte reinspringen wo war das Loch war das oben ne das kann nicht oben gewesen sein weil wir müssen ja runter ist an der Tür Loch Loch 110 ne doch 110 110 210 Wippe ah es war bei der Wippe ja 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 zurück ich glaube aber nicht dass durch den Schwierigkeitsgrad die Rätsel schwieriger werden oder doch deswegen gibt es ja Kampffwierigkeit Standard Rätselschwierigkeit Standard ich kann Rätsel hochstellen ich kann ich konnte mehrere Sachen die Schwierigkeit einstellen das ist ganz normal bei Silent Hill das war schon immer so du kannst die Rätsel wenn du halt keinen Bock auf Rätsel hast stellst du die auf einfach äh wie komme ich da hin ähm wie bin ich wie bin ich da hingekommen seit wann ist das hier offen ok was ist das sag mal das hab ich wo war ich nie hier drin die Zeit vergeht 11 11 11 jetzt tickt diese Uhr vielleicht kein einziges Mal hier hinten hast du ein Feigling jetzt warte mal bis jetzt hier mal wieder die Action abgeht oder die Grusel Action ok dann schauen wir mal selber wer hier alles der Feigling ist bitte alle dann melden wenn ihr kurz äh aufgeschreckt seid und einen Puls von plus 5 hattet ich check grad nicht wie ich da hinkomme weil ich war doch dann nur aber da war doch das Loch oder? bei der Wippe du hast die Wippe gemacht und bist ins Loch gesprungen weil ich will zum S weil die S-Tür ist aufgegangen die S-Tür ist unten und ich bin bei 210 oder bei 210 oder 109 rein und 109 komme ich auch nicht hin ich muss auf diesen Gang und auf diesen Gang komme ich nur oh was das also da wo ich bin das verändert sich auch alles die ganze Zeit ich bin nicht so orientierungslos aber das Hotel verändert sich vielleicht ist ja hier jetzt auch was anders was war das nochmal für den Raum das bringt auch gar nichts hier zu sein da riecht er nicht rüber muss ich echt hier lang da drüber darüber 208 aber warum sollte denn jetzt 208 drüber offen sein ich check's nicht warum 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 ich glaube das ist alles Quatsch was ich gerade mache aber ich sehe keinen anderen Weg ach nö ach nö sollen wir rennen ich habe gerade gespeichert zum Glück zum Glück habe ich hier alles besiegt schon wo ist die wo ist die 208 hä ja eben das ist zu man wow 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 chill jetzt steht da sogar dass sie zu ist danke alles wieder zurück da M M4 201 202 bringt mir alles nix da ist eine Treppe bin ich da hoch bin ich diese Treppe gegangen ok Treppe habe ich nicht gesehen Motte wo ist das Treppenhaus hier war ich da ach das war da wo dieses Viech mich nicht erschreckt hat ok Erinnerung ok ich habe tatsächlich diesen Weg hier vergessen ok jetzt weiß ich wo wir sind alles gut ähm wo bin ich S hinter mir so oh das ist es noch nicht gleich Irgendwann ich glaube ich glaube hier gab es einen Boss in dem in dem Komplex Nein 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 den bekämpft man nicht oh Gott was genau lass dir noch mehr Zeit Munition aufzusammeln wo ist er what oh Gott zwei zwei davon waren so daneben also von hinten ist glaube ich besser wie immer ich habe das Gefühl dass das oh Gott da ok der ist so schnell hohohoho dass heißt hier habe ich mich schaden gemacht wenn er jetzt hat er geändert hat kann er da auf die rohre schlagen und dann explodieren die so schlecht so schlecht mein kopf der hat drei ecken drei ecken hat mein kopf er hat aber acht ecken wahrscheinlich kann ich über die dinger drüber springen dass ich er ihn von hinten treffen kann ich wollte mal schauen wenn ich das besser mache schubsen tut schon weh das war so zu spät okay wir machen jetzt einfach ein dark souls kampf drauf ich rolle jetzt um den rum bleibt doch nicht stehen wir stehen bleibt ich getroffen Du bist viel zu schnell. Ja, greif mich. Greif mich, Daddy. Hab ich schon gebracht? Das. Invincible Frames. Alles gut. Keine Munition. Hat der auch die ganze Munition? Hat der auch die Munition zerstört? Oder wo ist die jetzt? Wo ist die Munition? Weiß etwas. Keine Munition. Okay. So geht das. Ich sammle vielleicht alle Munition. Ist die weg, die Munition? Hallo Aufwind. Hier ist was. Okay, die hatte ich vorhin nicht. Alter. Wo? Was war das für ein krasser Abkürzung? Er bleibt so krank stehen. Okay. Okay. Hier ist ja noch irgendwas. Nicht super krank. Fuck. 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 Oh, oh, oh! So schlecht. Oh mein Gott. Come on, ich war nicht so schlecht diesmal. Aber ich schieße halt krass daneben. Wenn ihr euch denkt, hey, warum schießt du, triffst du ihn nicht besser. Das Spiel ist extra so gemacht. James ist kein Schießprofi. Der ist krass am Wackeln. Also du bist, es ist nicht leicht. Und Konsole. Konsole, Konsole, Konsole. Nimm! Au! Au! Überraschungsschieb! Schieb! Jetzt mal die ganzen Dinger wieder kaputt machen, die nerven, oder? Ja. So. Das wäre ja außer Prüste schon. Ich dachte, der chillt noch ein bisschen. Hallo, Bruns. Das ist sehr fessend. Fesselnd, meine... Ruhige... Gerade ist nicht so ruhig. Aber danke, danke. Und den Arscher, ich gehörte es am besten. Hm? Das war's. Wow, ich bin so weg. Das war so schlechtes Timing. Ich hänge, ich hänge. Ah, wieder verzögert diesen Griff. Boah, er wird in der zweiten Nacht. Oh, das war's. Ist das auf Zeit? Ist das einfach auf Zeit vielleicht? Weil ich habe ihm nicht wehgetan. Also ich habe ihm wehgetan. Aber viel später kam die Sirene. Hey, das ist auf Zeit. Das wäre ein bisschen typisch. Du kannst ihn nicht besiegen. Nee, Primit Head ist kein Boss, den du besiegst. Das ist wie Resident Evil 2, wenn du versuchst, Mr. X zu besiegen. Das brauchst du erst gar nicht probieren. Deswegen, ich... Es kann auch sein, dass man einfach nur lang genug ausweichen muss. Wie geil war das bitte? Fünf von sieben. Ich will wieder Sirenen. Hallo? Nee, nee. Ich bin ein bisschen tot. Vielleicht kommt hier eine Cutscene. Schau, es ist nämlich nicht Nacht. Ich war... Es ist die Sirene, aber... Ich kann mich erinnern, dass es einen Übergang gab, wo ich in die Welt gehe und dann... Weil die Sirene ist eigentlich immer der Übergang. Aber wir hatten keine Sirene, als wir die Welt betreten haben. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oder Nemesis, genau. Soll ich mich heilen? Nee, vielleicht kommt gleich der krasse Candyman und heilt mich. Wo sind wir jetzt? Woodside Apartments. Ja, jetzt haben wir... Ist die andere Karte auch noch da? Ja. Da waren wir. Und dieser fette Teil, wo wir drei Stunden drin waren, waren einfach nur diese Apartments. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite der Apartments. Okay. Und wir wollen zum Rosewater Park. Geh mal. Das Mädel. Das Rotzgör. Ich dachte gerade, es ist ein Switch, mit der sie spielt. Es war dich, nicht wahr? Du bist der Mann, der auf meine Hand. Hm. Vielleicht habe ich das. Was ist eine kleine Frau wie du hierher? Ich weiß nicht. Was ist eine große Dum-Dum wie du hierher? Hey, das ist nicht sehr schön. Die Eltern haben dir keine Manners gemacht? Was hast du da? Nichts von deinem Geschäft. Es ist Mary. Tot. Die harten Worte des Mädchens taten mir zu sehr weh. Wer stöhnt? Wie ist dieses? Oh, es fällt gerade einfach nicht ein. Dieses, wo der auf der Couch sitzt und sagt Extreme Depression. Nee. Was sagt der da? Komm, an dem Ton müsst ihr es erkennen. Was sagt der? Hä? Instant. Nee. Instant Depression. Nein. Das ist der Film von SH geschaut, da war der Typ mit der eisernen Maske eindeutig am geilsten. Das ist ja auch Pyramid Head. Das ist das Maskottchen von Silent Hill. Der ist in jedem Silent Hill drin. Quasi der, der schlachtet. Wo man Silent Hill schauen kann, weiß ich gar nicht. Ich benutze da immer die Seite Just Watch. Da kann man das Land eingeben und dann werden einem alle Sachen aufgelistet, wo Silent Hill, wo halt der Film, den man eingibt, anschaubar ist. Scaled, Line, Streaming. Egal. Überall. Just Watch heißt glaube ich die Seite. Du müsst auch euer Land einstellen. Emotional Damage. Dankeschön. Emotional Damage. Wann soll man es lesen? I'm here to lead, not to read. Emotional Damage. Da-dun-da-dun-da-dun-da-dun-da-dun. Aber ich hatte recht. Could you really be here? Ähm. Nicht wichtig. Ich langweilich nicht mit solchen Grabstein-Texten. Okay, ich hab alles. nur leihen und kaufen ja aber also ich habe immer kein problem film auszuleihen weil leihen von einem film kostet einfach drei euro in hd vier euro und das ist vollkommen okay für einen film und silent hill ist ein guter film der erste ist echt okay und ich finde drei euro in sd oder vier euro in hd das kann man schon sowieso luxus dass man das einfach heutzutage kann ich mache das sehr oft einfach einen film ausleihen damals immer noch in die bibliothek gegangen hier liegt nichts mehr ich weiß dass hier jetzt eine cutscene kommt ich bin so am arsch glaube ich bleibe auch am arsch so wie du wankst solltest du dich nicht vom friedhof entfernen maria und jetzt versteht ihr vielleicht die die spiel nicht kennen worum ich gesagt habe warum haben die in dem remake meine frau braunhaarig gemacht sie sieht komisch aus mal Not Mary, Maria. Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds, and I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did we let her say? Okay. She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I, uh... I don't know anymore. There was... Something I just... I can't quite... I can't quite... I can't quite... Hey! I think I might know. I mean... There's this one place. Look far from here. What kind of place? Well, James sieht echt, find ich... Das haben sie gut getroffen. 9-2-Lovers Michael's special. I can show you, if you want. Unless you have somewhere else to be. Magst du deine Jacke? Dann geh doch zu Netto. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't just tell me where it is. Ashley... Maria... You're just gonna leave me here? I... With all these monsters around? No, I don't know. Is it because... I need you... Her. Maybe from her. You loved her, didn't you? You loved her, didn't you? Sie leiden breiteren Hals als Markus. Hallo Eis. Come on. So it's okay. Yeah. Also deswegen war ich so... Chauffiert. Verwirrt. Erregt. Als man Marys Bild gesehen hat, ist sie braunhaarig. Und Mary war blond eigentlich. Soweit ich mich erinnern kann. Deswegen ist es so krass seltsam, als man dann Maria trifft, weil sie auch blond ist und genauso aussieht. Wie ihr gerade auch gesagt habt. Sie sieht genau... Okay, okay, ich heil mich ja. Und damals mit der schlechten Grafik und sowas, oder damals mit der alten Grafik, war das wirklich so, dass sie komplett identisch aussahen. Nur, dass sie halt sich anders verhalten hat und anders angezogen war. Und diese rosanen Tipps, die sie hat, die hatte sie glaube ich damals nicht, oder man hat sie nicht erkannt bei der alten Grafik. Ähm... Aber es ist trotzdem ja immer noch gegeben. Sie sieht seiner toten Frau extrem ähnlich. Aber sie ist es nicht. Das ist Maria. Leute, Maria. Unsere Frau heißt Mary. Und keine Angst, wir müssen sie nicht beschützen. Wenn ich glaube auch. Die ist nicht wirklich echt. Licht ausmachen. Strom sparen. Wollang? Wolltest du nicht vorgehen? Nee? Okay. Sind wir hier neu? Rechts raus. Alola Beast. Horror Content steht mir. Danke. Warte, wir müssen Maria zuhören. Just show me. Gab's nicht ein Restaurant sogar, was Love heißt? Wo wir jetzt hingehen? Ich will keine Items verpassen. Ich will keine Items verpassen. Ich darf keine Items verpassen. Findest du das sexy, wie ich mit meiner Waffe umgehe? Maria. Hast du das gesehen, wie schnell ich ihn nachgeladen habe? Ich bin James. Ich habe noch nie eine Waffe geführt. Noch nie einen. Was sagst du zu meinem Brett? Es hat sogar drei Nägel. Apropos Nägel. Da. Wir können durch das Hotel gehen. Spielst du blind nur mit dem Wissen vom Original? Ja. Ich habe keinen Google Sheet neben mir offen. Was meinst du? Und ja, ihr sollt mir nicht sagen, was ich tun soll. Aber das ist immer so. Boah. Was? Because I can, Maria. Because I can. Ich glaube, sie kurz einen Schritt zurückgegangen ist. Sie weiß, mit wem sie es zu tun hat. Crazy James. Horror Content steht mir. Ja, ich finde nur, es gibt halt viel zu wenige gute Horrorspiele. Es gibt nicht... Also... Okay. Ich muss eine Stange finden. Äh... Es gibt schon einige gute. Aber... Es ist jetzt nichts, wo man sein Content, finde ich, drum herum aufbauen kann. Zumindest nicht... Ich spiele heute ein Horrorspiel. Ich zeig das einfach, weil ich das selber für mich spielen will. Und aber zur Zeit spiele ich irgendwie eh nur Remakes. Wenn ich nicht Pokémon spiele, dann ist es einfach ein Remake. Final Fantasy 7. Silent Hill 2. Was war das andere? Das ist hier auch komplett... Was war das andere? Hier, äh... Ding. Ähm... Noir. Nier. Das Nier. Remake. Haben wir hier komplett gestreamt. Vielleicht, weil ich einfach... So alt inzwischen bin, dass ich in Nostalgie schwelge. Und diese Spiele sorgen dafür. Oder weil ich einfach weiß, was ich hier bekomme. Und keine Zeit verschwende. Wohingegen, wenn ich... Äh... Achso, da geht's immer wieder in den Park rein. Ist, äh... Wenn ich... Und wenn ich was Neues spiele... Ist die Chance so extrem hoch, dass ich enttäuscht werde. Weil neue Spiele alle... Gleich funktionieren. Maria, entspann dich. Die Monster. Vergiss es nicht. Eins, zwei, drei, vier... Nö. 1, 0, 7. Weiß irgendwer was braucht, ich repadiere Rohre in 1, 0, 7. Da ist jemand ein paar Pipes reparieren. Ein 1, 0, 7. Chill. Ah. Remake oder Rebirth? Beide. Warum ist das strange? Ich... Nevermind. Let's find a way to get it over. Cooler Last of Us Musik. Cooler Last of Us Musik. Hm? Cozy. This room. There's something wrong with it. I... I think we should leave. Hm? Oh, loosen up, James. It's sure beats running around with those monster right there. I'm not so sure. One thing that they have greatly improved, is the acting of the characters. Or the synchronized characters. It was really bad. It was really bad. It was really bad. It was really bad. It was really cringe. Every cutscene was just cringe. And now the characters really googled. Man kauft es ihm ab. Man kauft ab, dass James durchkommen... Also vollkommen verwirrt ist und... Nix peilt. Weil es war... Es ist... In dem Spiel ist es einfach... Sehr, sehr seltsam. Dass... James... Bitte? Es ist sehr... Es ist einfach super... Unlogisch, dass James... Hier noch ist. Dass er weiter sucht. Dass er überhaupt sucht. Dass er... Dass er nicht... Ein Wort über die Monster verliert. Dass er nicht sagt... Fuck, was sind das die Monster? Was soll das hier? So, er wundert sich null. Aber das ist tatsächlich der Style von Silent Hill. Das ist dieser... Und es wird auch alles so... Also nicht erklärt, aber... Es ist halt kein... Resident Evil. Es ist halt alles Psycho. Ob das jetzt alles in seiner Psyche stattfindet... So weit würde ich jetzt nicht gehen. Das ist schon... Das passiert schon. Aber... Er ist quasi auch gleichzeitig in so einer Art... Delirium, würde ich sagen. Fiebertraum. Keine Ahnung. Eins, drei, acht, null. Eins weniger, eins mehr. Drei weniger, eins mehr. Alter, schreib's halt hin. Dann... One, one less. Three, one more. Also... 0, 4, 5... 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. Und da ist ein Schlüssel dann drin. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1. Quasi ist das gleiche Outfit. 0, 4, 5, 1. 0451, können wir gehen? 0451. Oh, Speicherpunkt. Oh, das ist auch cool, dass sie reagiert sogar darauf, dass er gerade speichert. So, von wegen so. So aus mag ich. Äh, 0451. 0451. Ähm. 0451. Da drin. Wo war das? Jo. Schlüssel. Kam an dich. Keine Sekunde allein lassen. Ich hätte schlagen sollen. 0451. Äh, ist egal jetzt. 0451. 0451. Wo ist das Tor? Da. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sie reagiert hat und was sie geredet hat und sowas. Keine Ahnung. Aber es ist sehr viel im Spiel dazugekommen. Viele Areale. Es war um einiges kürzer das Spiel. Es waren nicht kurze Spiele, aber es war kürzer als das jetzt. Drug. Drug. Not like. Hotline? Achso, Hotline. Drug not like. Wagenheber. Oh, bin ich jetzt überhaupt hier durch? Komplett sinnlos. Ich war doch eh auf der Straße. Nein? Ah, ne. Hier ist ein Sinkhole. Okay. So, hier ist es auch wieder Chilliger mit den Gegnern. Die Gegner sind nur krass. Also natürlich ist es hier auch nervig mit den Gegnern. Was vor allem krass in den Gebäuden. Und wir werden auch in vielen Gebäuden sein. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das denn? 0451. Hier rein? Villa Baldwin. Der Baldwin. Der hat es verkackt. Kann ich mit dir reden? Ist das alles gut? Ich... Ja, es ist einfach... Das Ort... Es ist einfach... Es gibt mir die Gefühle. Ich bin nicht sicher, warum. Du hast nie in der Zeit? Ich... Ich bin nicht sicher. Es fühlt sich irgendwie anerkannt. Es ist irgendwie... Es ist eine schlechte Erinnerung. Es ist nichts. Okay, I don't care. Du bist nicht Mary. Du willst dir Rebirth für die PS5 Pro aufgeben. Du holst dir die PS5 Pro. Hast du noch keine PS5? Oder willst du einfach 700 Euro ausgeben? Das sind die einzigen zwei Gründe. Du willst 700 Euro ausgeben oder du hast noch keine PS5 und kannst 700 Euro ausgeben? 3 Jahre, das ist ein langer Zeit. Was sagst du ihr, wenn du sie findest? Ich liebe sie. Wrong. Lie. Lies. Lüg doch nicht, James. Lüg doch nicht. Ich weiß genau, was du tust. Ich kann mich genau erinnern, James. Laber nicht. Du willst Schokolade? Dann geh doch zu Netto. Dann hol dir doch Schokolade. Aber bitte 80%. Nur die Bittere. Zartbitter. Denn in jedem harten Mann steckt ein bitterer Kern. Ein verbitterter Kern. Was ist denn hier für ein Verbollt? Querfinanzierung? Oh. Also du holst dir eine PS, du verkaufst deine PS5 und holst ja in eine. Okay. Gut, hast du schon all die anderen Sachen gesehen? Die sollten, glaube ich, auch nicht hier sein. Gute Nacht, Prani. Wie, hier verliere ich jetzt meine Planke? Macht ihr bitte sofort eine neue? Okay. 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 Stay close. I see you, Krabbelman. Ich finde es krass, dass du dir die PS5... Also ich bin ja auch ein Sony-Fan. Play-Z-Fan. Play-Z-Boy. Dude, sammeln, 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 sammeln. Aber die Pro ist mir dann doch zu blöd. Was einfach keinen Unterschied macht. Ist mir egal. Die sind mir alle egal. Ich bin doch nicht verrückt und kämpft gegen mich. Ich wüsste nur gern wohin. Shit, 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 shit. Das Spiel wird mich doch sicher nicht in eine Sackgasse locken. Irgendwas war hier auch mit einem Hund. Haben sie das drin gelassen? Das war aber glaube ich optional mit dem Hund. Welches Haus? Wie nichts. Mary! Marie! Maria! Maria! Josef! Ei, ei, ei! Ich kämpf hier. What? Ich kämpf hier wie ein Pro gerade. Maria, die sorgt dafür, dass ich richtig angehen will hier. Also. Ich dampf auf den am Boden. Ich bin am Boden. Ah, ich hab nicht das gerade gesehen. Bist du aufgestanden oder bist du neuer? Jetzt kotzt er nicht noch mal. Ein bisschen Hilfe, Maria! Komm her. Das Gefühl, ich muss die alle besiegen, weil ich hab keine Ahnung, wie ich lang muss. Oh, fuck. Ich bin so am R2 drücken, mein Finger wird schon ganz schraub, ey. Okay, jetzt ist aber Schluss hier. Danke für die Hilfe. Madame. Kannst du dich verteidigen? Ich muss ihr nicht helfen. Sie ist nur hier. Sie ist Story. Sie ist nicht... Wahrscheinlich ist sie in Geist. Ich muss sie nicht beschützen. Nicht wirklich. Also. Sie ist auch nicht hier. Es gibt immer noch Weg, ne? Es gibt immer noch Weg, ne? Ich muss echt vorsichtig ausweichen und sowas. Ich bin die ganze Zeit nur am Button-Mashen. Kann ich jetzt die Karte checken? Wo bin ich? Oh Gott. Ich höre was. Toll, gut gemacht. Soll ich hier lang? Das Gefühl, ich bin hierher gekommen und dann bin ich hier panisch gewesen. Ja, ja, ja. Dann bin ich hier. Und da geht es überall nirgendwo hin. Was soll der Scheiß? Soll ich lang? America. Ja, hier vielleicht. Oh Gott. Was war jetzt Zufall, dass ich in dem Moment mich wegdrehe, wenn der Gegner kommt. Was? Ah ne, das ist nur ein Durchgang. Das ist auch nicht die Lösung. Was? Oh Gott. Hallo. Was? Okay, die wollten, dass ich hier durchrenne und dann den Weg hier hoch, da ist nix. Und hier drin ist, glaube ich, ach hier. Jetzt hätte ich hier lang gehen sollen. Weil das war vorhin zu, dachte ich. Hätte ich dann gegen den Gegner rausgekommen. Ich hätte ihn nicht besiegen müssen. Ich hätte einfach laufen müssen. Aber ich habe echt komplett keine Ahnung, wo ich hätte hin müssen. Oh, das sieht jetzt gut aus. Oh. Also gehen wir da lang. Oh, scheiße, war das letzte Viech jetzt. Ah ne, da ist am Boden noch was. Fuck, okay, okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Das schaffen wir ganz schnell, ne? Das schaffen wir ganz schnell, wenn er sich heilt. Da hätte man einfach hinlaufen können. Ich habe so viel verschwendet. Grafikpitz ist zu sehr Grafikhure. Ich bin halt null Grafik. Ich meine, es ist schön zu haben, aber das lange Spiel funktioniert, ist alles gut. Und der Unterschied zwischen Pro und Nicht-Pro ist halt, ne, jetzt die Fanatiker, die sehen es, ich sehe da keinen Unterschied. Also man sieht es, aber wenn ich in der Action bin, wenn ich in der Story bin, ist es mir so egal, ob ich diesen einen Pixel mehr sehe oder nicht. Aber, hey, gönn dir. Da ist ein Butterfly drauf. Ich kenne ihn, Butterfly. Oh, lala. Ist sie doch für etwas gut. Ich kenne ihn, Butterfly. So viel Schmutz Und wieder sind wir drin Und alles ist dunkel Ist doch gerade so schön Schön neblig So schön hell Aber das meine ich So viele Spiele würden jetzt hier Einen Jumpscare einbauen Dass einfach eine Kakerlake drüber läuft Oder ein Viech oder eine Katze oder sowas Hier nicht Hier gibt es keine künstlichen Jumpscares Die sind alle echt Die Jumpscares die es hier gibt Den ist man immer selbst schuld Hallo Wo bin ich Heaven's night Ready to kill it Zwölf Okay ich glaube das sind Collectibles Und die sind durchnummeriert Wenn ja dann habe ich einige übersehen Hat mich nicht erschreckt Hab gerade nicht hingeguckt Paradise Just Anubis Hellschreck Maria Mary Das ist mein Silent Hill Was ist das? Oh come on Don't give me that look I was just kidding What is this? Is this A special place you met? Don't be silly Just have to go through And out the front Then again Now that we're here Can't we stay Just for a little while Nein Catch our breath Before we head back out there Nein I don't have time to take a break Stay strong Mary could be out there Waiting for me Yes I know It's just This place This whole thing It's like a nightmare I just wanted to get away from it Even for a second I'm sorry No it's It's Fine She's playing you James No Just go You don't need her We don't need her This place is getting to me too James Am I crazy? Eh You know For Thinking she could be here Crazy is one word for it I guess James Maria is temporary The Origin Dex Is for Immer What's that? Vergiss Das nie Wow That's a nicer way Of putting it Here What are you doing? Something to take the edge off Ich würde hier nichts konsumieren Was in dieser Stadt auch noch irgendwie rumliegt Vielleicht aus dem Automaten Ich habe noch nie einen Whisky Automaten gesehen Warum eigentlich nicht? Ah Kinder Stimmt Ist ja eigentlich Ja eigentlich Ganz dumme Idee Einer macht nichts Leute Einer ist immer okay Ein Droge ist immer okay Zwei Auch okay Drei Drei Alle guten Singen sind drei Aber vier Ist dann wirklich Gerade so Das letzte Fück Genau Ich hätte sagen sollen Ah ich bin eher so der Gin Tonic Mensch Bitte Mit Gurke aber Und bitte gut durchrühren Und vergiss das Eis nicht Dann ist es schnell vorbei Wird ich hier noch irgendwas finden? Haha Okay The Fifth River Mach das weg Ich will sehen wer da ist Verloren Und gefunden Geil Verloren Und gefunden Da würde ich doch eher Hinschreiben Was ist denn auf Deutsch? Fundkiste Wie fragt jetzt halt Das klingt so als ob hier noch Zeug ist Bist du sicher dass du nicht das eine Item Oh hier ist tatsächlich was Okay Das Maid Outfit Von denen kriegen wir aber noch genug In diesem Spiel Nur ohne Outfit leider Oder? Ja Wir sehen Maria hier ist nicht mal ein Speicherpunkt Warum sollten wir hier zurückkommen? Hier ist noch nicht mal ein Pokestop Unser Hideout braucht mindestens einen Pokestop Arena nicht so wichtig Pokestop Zwingend Okay Moonlight Park Mondlicht Park Entschuldigung Gehen wir ins Krankenhaus Ne? Werden wir schon von Krankenschwestern reden Moment Aber sie hat gar nicht gesagt Wohin? 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 Moment Da war tatsächlich ein Speicherpunkt drin Wo war der Speicherpunkt? Ich der gerade Pokémon Go spielt Sag mal Maria Hast du nicht gesagt Wir können jederzeit zurückkommen Und eine Pause machen? Das hat sie doch gesagt Das hat sie gesagt Aber anscheinend Worte bedeuten hier nichts Speicherpunkt futsch Wo ist die Hundehütte? Cutstreet ist wahrscheinlich dieses fette Sinkloch Gesunken Oh die war okay die Detour Wenn du nicht so viel gelabert hättest Ist James trocken Alkoholiker? Sind die Spirituosen die wahren Monster in der Geschichte? Vielleicht Vielleicht Möglich Horrorspielen mit Whitescreen sollten verboten sein Aber Nebel Nebel Larry Wer ist sie? There ist eine Geschichte Einem Willst du nicht so viel gelabert hättest? Ich kann ja nicht so viel gelabert hättest? Ich kann ja nicht so viel gelabert hättest? caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle, ...to bring her beloved home. To lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Mädchen Nummer 1. Come on. I don't know what the name is. Metapher. Ich gehe oben lang. Guck es unten. Nein, nein, nein. Es kam von da oben, wo man jetzt reinklettern kann. Schau. Instant gesehen. Das sehe ich von hier. James, das sehe ich von hier. Unsympathisch. Instant unsympathisch. Not of a movie fan. Wie kann man kleine Filme mögen? Ja. Piu, piu, piu. Willer Westen wird jetzt hier drin gespielt. Das kleine Mädchen. Oh, das ist das. Oh ja, ich weiß, was es ist. Das ist so seltsam. Ich habe dir gesagt, es war dieses große Rack. Er kam direkt nach mir von unter der Seite. Du würdest auch schreien, wenn du es gesehen hast. Ich habe das Fats-O. Hey. Was hast du das gesagt? Anyway, warum bist du hier? Ich dachte, du sagst, dass die Autos hinter dir sind. Nah, ich glaube nicht, dass sie mich hier folgen. 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 Was? Nordlicht? Okay. Wenn du welche siehst, komm zurück. Wenn du welche siehst, sag mir Bescheid. Rosa geht Nordlichter gucken. Aber ich glaube nicht, dass man welche sehen kann. Salzig oder süß? Gibt nur eine richtige Antwort. Salzig oder süß? Süß. Salzig. Einer davon ist falsch. Je nach Laune. Ein bisschen richtiger. James, komm. Du warst schon lange nicht mehr. It's time. Leute, it's time. Ich würde ja erst drunter gucken. Aber gut. Geht nicht auf. Was war jetzt hier umsonst? Nicht ganz. 31 Schuss. Ich bin rich. Pasta. Nachos? Zu laut. Nachos sind im Kino zu laut. Und zu umständlich. Salzig mit Karamell. Ganz weird. Ganz seltsam. Gar nicht. Du magst gar kein Popcorn. Sitzt du einfach nur da und raw dogs den Film. Ohne trinken. Ohne essen. Alter, die Tür lässt sich voll zur Zeit. Und dann, bam, geht sie auf. Schöner Effekt. Cheeseburger reinschmuggeln? Nein. Ihr Verbrecher. Salzig ist die richtige Antwort gewesen. Davon und ich haben bestanden. Der Rest verlässt bitte den Stream. Ihr braucht süß, wenn es salzig gibt. Aber die komplett richtige Antwort wäre gewesen. Salzig. Und dann M&Ms kaufen. Und mit den salzigen Popcorn vermischen. Das ist die richtige Antwort. Das Mädchen weg. Der ist abgestochen. Cooler Film. Das klingt ja crazy. Abgefahren. Mit Butter? Das gibt es hier nicht. Aber nee, salzig ist ohne Butter. Salzig ist ein Scam der Soft-Shrink-Industrie. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich werde da nicht durstig. Und deswegen hast du ja ein Getränk dabei. Eddie. James. Shige. Hallo, Shige. Shige ganz schnell. Shige-Zuschauer. Wir sind gerade hier im Kino. Salziges oder süßes Popcorn? Rosa sieht Nordlicht an. Soll ich auch rausgehen. Süß? Okay. Ich wollte mich gerade bedanken für den Raid, aber... Dann... Lassen wir das. Migo sagt auch süß. Leute. Wo ist eure Erziehung? Lasst uns ganz kurz die Cutscene anschauen. Laura? Ist das ihr Name? Das ist, was sie gesagt hat. Das ist, was sie gesagt hat. Ich gehe nach ihr. Kommt? Jetzt willst du mich mit dir kommen? Nichts. All right. Fuck him. Das seid ihr mit eurem süßen Popcorn. Während wir mit unserem Monocle und unserem Zylinder da sitzen und unser salziges Popcorn genießen. Wollt ihr es nochmal sehen? Süße Popcorn Genießer. Das ist Strawberry. Also das ist einfach nur Eis. Frisst der Eiscreme. Süße Popcorn Genießer. Ich habe gerade kein Beispiel für die Waren Genießer. Dankeschön für den Rage-Scheagel. Wir. Da nehmen es gleich noch ein Saal. Wir spielen Silent Hill 2. Ich liebe das. Ich liebe das Original. Und sie haben das Remake sehr gut hingekriegt. Würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Man ist sehr hilflos die ganze Zeit. Sehr verzweifelt. Stimmung ist sehr gut. Musik ist großartig. Stimmen sind großartig. Was? Laura. Weil ich gerade so viel Munition habe. Sonst würde ich das niemals tun. Du musst dich doch nicht entschuldigen, dass du nicht hier warst. Niemals entschuldigen. Hier nur der Toten. Hans der Toten. Ist Kino der Toten Film? Nee, ne? Wobei, Kino der Toten ist... Call of Duty, ne? Das war geil. War das so ungefähr die erste Zombie-Map, die richtig... populär war? Zumindest in Deutschland. Vor allem, weil World at War war indiziert in Deutschland. Da gab es kein Zombies. Ja, ne? Es ist wirklich Kino der Toten. Nur ohne Zombies. Aber mit Hosen. Was habt ihr gemacht, Schiege? Hallo Kunibert. Man sieht anscheinend Nordlichter. Rosa ist gerade rausgegangen und sie sieht Nordlichter ganz leicht. Es ist gerade auch mega Ebbe. Soll ich rausgehen? Drei kleine, coole Horror-Indie-Games gespielt. Aber welche? Ich weiß jetzt die ganze Zeit nicht, ob hier Gegner sind. Da sollte er noch sitzen, oder? Der süße Popcorn-Enjoyer. Nee? Nee. Achtung. Geh mal zu deiner Frau Googie machen. Ich kann jetzt nicht gehen. Da sitzt er, glaube ich. Ja. Man kann nicht auf ihn schießen. Nicht, dass draußen ein eigenes Silent Hill auf dich wartet? Ach. Und ihr wisst schon, Videospiele sind nicht echt. Außer GTA. Das kann man alles wirklich machen. Hä? Oh. Okay, aber hier war ich schon. Wo ist sie? Laura. Ein Schuss in die Luft ist hier bestimmt angehalten. Okay, warum waren wir im Kino? Aber um hier durchzukommen. Wo bin ich? Da. Okay. Ich salte zum Krankenhaus. I knew it. I knew it. Und ihr wisst, was Krankenhaus heißt. Sechs, sieben Krankenschwester-Monster. Wenn etwas ikonisch ist in Silent Hill, dann ist es Pyramid Head. Und was kommt danach? Die Krankenschwester. Kann ich da jetzt aufmachen von der anderen Seite? War das nicht eine Tür? Ne. Doch. Er kann nicht aufmachen. Mir fallen die Augen zu. Gute Nacht, Champ-Destroyer. Bye, Shige. Morgen ist Polaris. Ah. Ich weiß. Viel Spaß. Ich würde auch wieder gerne auf eine Convention gehen. Aber ich bin zu faul, das Land zu verlassen. Ich lasse ja sogar Rosa alleine in den Urlaub, weil ich keinen Bock habe. Und weil ich keine Zeit habe auch. Danke für den Raid, Shige. Gute Nacht. Und danke für den Raid, Monstar. Dankeschön. Hallo. Hände hoch, das ist ein Überfall. Monster. Mit seiner Crew übernehmen. Nun ab hier. Raid. Oh mein Gott. Schießt in die Luft. Weil ja so viel Munition im Spiel ist. Was? Oh. Brookhaven. Hallo Monster. Dankeschön. Admit it. The girl. She crazy. Leute, jetzt ist Hospital Time. Gar kein Bock. Hilfe. Du bleibst draußen. Monster. Dankeschön. Wir spielen es an der Till. Oh. Hier gibt es die Pumpgun. So Bankmann. Mit der Pumpgun. Da ist die Pumpgun. Da ist die Pumpgun Muni. Was gab es bei Monstar? Was gab es bei Monster? Wir spielen das Remake. Ich habe damals schon das Original gespielt und habe es sehr gemocht. gruselig, hart, mies, hilflos fühlt man sich. Wir haben es sehr gut nachgemacht. Sehr gut neu interpretiert. Oh, das sieht aber nett hier aus. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht. So, so, so mag ich das. So habe ich kein Problem. Oh, das ändert sich. Der Steffo. Der Steffo. Hallo Steffo. Jessie-Chan. Jetzt bleib doch mal da, du Gör. Meine Fresse. Steffo, hallo. Okay, wir wollen dich nicht schmerzen. Danke, Steffo. Dankeschön. Genau sind kacke. Danke. Danke, Monster. Steffo. Na, Jessie. Also, ich muss sagen, du hast ja gestern gesagt, dir gefallen die Gesichter von den Charakteren nicht. Mir gefallen die Charaktere alle, außer die da. Sie war für besser. Ihr Gesicht ist echt komisch. Aber im Endeffekt, ich finde, es sieht so aus wie im Original. Aber in meinem Kopf sagen sie irgendwie immer anders aus. Das ist halt das Problem, wenn man acht Polygone zur Verfügung hat. Da kann man sehr viel reininterpretieren und jetzt kann man nichts mehr reininterpretieren. Und sie haben halt, ich glaube, sie, ja. Aber sonst habe ich nichts gegen die Gesichter. Steffo hat wieder Internet. Let's go. Über Internet kann ich dir viel erzählen. Aber ich habe extremes Glück oder alles lief gut. Ich fasse es ganz kurz. Oh Gott, das ist schon viel zu viel. Ich glaube, ich habe unten... Ich habe keine Karte. Dann habe ich unten eine Karte vergessen. Kann nicht sein. Der erste Trailer... Der erste Trailer war auch kacke. What? Der erste Trailer war auch kacke. Und dann haben sich alle beschwert. Aber das Spiel sieht nicht so aus wie der erste Trailer. Der erste Trailer ist ja ewig her auch. Ja, die Gesichter sahen alle super seltsam aus von den Charakteren. Aber das haben die geändert. So wie sich alle über Sonic beschwert haben, haben sie Sonic dann geändert. Die haben die Gesichter von den Charakteren hier geändert. Ich brauche die Karte. Hier gibt es doch sicher eine Karte. Wie schnell ist eigentlich mein Internetanschluss? Knubbelnasiger Leon Kennedy. Ja, also das Spiel gab es vor Resident Evil 2. Also aber ja, sie hätten ihn vielleicht anders remaken können. Da wäre er nicht zu sehr wie Leon aussieht. Aber hey. Ich finde es okay. Nee, ich bin ja auch umgezogen vor zwei Monaten. Und da war erst nachdem wir die Wohnung genommen haben, ist mir aufgefallen, dass es da kein Internet gibt. Zumindest das Internet, was es da gibt, ist unter ein Megabyte. Also ich hätte niemals streamen können. Niemals. Verschiedene Anbieter, also mein Anbieter, den ich immer hatte, den gibt es hier nicht mal. Die sagen, nö, hier gibt es einfach kein Internet, deswegen. Und die, die es gibt, bieten dir halt die schlechteste. Es sind einfach keine Leitungen hier gelegt. Und dann habe ich halt ewig überlegt, Starlink und so weiter und keine Ahnung. Und dann habe ich tatsächlich jetzt die 5G-Methode genommen. Weil es gibt inzwischen Router, in Deutschland halt vielleicht nicht wirklich. Oder zumindest vielleicht läuft es nicht so gut. Ich habe einen Router stehen am Fenster. Nicht mal in meinem Raum hier. Das ist der Knackpunkt, das ist verrückt oder eine Sache. Ich habe einen 5G-Router stehen. Zahl 60 Euro im Monat. Ich habe extra das teuerste Angebot genommen, also den teuersten Anbieter. Weil die die besten Bewertungen hatten. Und weil es mir wichtig ist. Okay, hier müssen wir eine Nummer finden. Also 60 Euro für 5G. Und das ist einfach ein Ding, was im Wohnzimmer am Fenster steht. Und es empfängt 5G. Es empfängt sogar nur 4G. Und ich bin hier in meinem Zimmer. Ohne Kabel. Ich zapfe diesen Router an mit Wi-Fi. Mit WLAN. Und ich habe stabile 400 Down und 60 hoch. Und ich hatte noch nie einen gedroppten Frame seit 2 Monaten. Und das nur mit WLAN. Und der Router ist über 5G drin. Aber ich lebe jetzt auch am Meer. Also die Masten sind nicht unbedingt Sichtweite. Nicht Sichtweite, nicht Luftlinie, aber so ziemlich Luftlinie. Deswegen kann ich mich nicht beschweren. Also ich weiß nicht, wie gut es halt in Deutschland läuft. Aber zwei Wände Wi-Fi zu einem Router, der mit 4G plus verbunden ist. Keine Kabel. Null Kabel. Das einzige Kabel ist das Strom, was den Router antreibt. Aber vielleicht, also ich weiß halt nicht, ob es in Deutschland vielleicht auch. Weil 4G ist ja auch in Deutschland überall. Du musst halt nur bei dir in der Nähe einen Mast haben. Und den, da ist er, da ist die Karte. Dankeschön. Wenn du in der Nähe von einem Mast bist und es schaffst, den irgendwie zu sehen. Mit dem Router. Nicht zu sehen, aber halt, dass der relativ Luftlinie ist, dann easy. Gute Nacht, Maurer Dieben. Wie ist die Latenzo? Weiß ich nicht. Irrelevant. Ich zog kein CSGO online. Latenz ist ziemlich irrelevant, würde ich sagen, für Streamen. Aber weiß ich nicht genau. Mega nice. Das war jetzt gar nicht, um es anzugeben. Ich meine, ich kenne das Problem. Aber ich habe tatsächlich die Lösung gefunden. Und vielleicht ist es ja auch eine Lösung in der Zukunft für andere Menschen. Aber ich bin auch fasziniert, dass es funktioniert. Ich wurde jetzt sieben Monate vom Lecterial geghostet, der die neuen Leitungen legen sollte. Oh, scheiße. Sieben Monate? Warst du so lange nicht mehr auf Twitch? Okay, wo ist der Schlüssel? Ist der Schlüssel vielleicht in dem Ding? Ich glaube, Latenz ist sehr, ist nicht abhängig von, Latenz ist nicht abhängig vom Router, oder? Sondern welche, welchen Server ich kriege. Hier ist der Eingang. Ich glaube, hier war ich noch nicht so wirklich. Doch. Das ist aber richtig kacke. Sieben Monate? Fuck. Äh, äh. Körperverletzung? Anklagen? Verklagen? Die Schweine. Boah, ich würde, ich würde, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte über mein Handy gestreamt. Oder sowas. Oder versucht und gescheitert. Okay, ich muss mich kurz so konzentrieren, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay, vielleicht gehe ich doch kurz raus. Gebt euch das. So sieht es gerade bei uns aus. Da ist gerade Nordlichter. Ich gehe kurz raus. Ihr könnt mich mal. Tut mir leid. Hallo? Ist nicht mein Video. Aber so sah es gerade aus. Okay, ich zeige euch meine Bilder. Ich zeige euch meine Bilder. Ich hoffe zu schnaufen. Kamera, ne? Macht alles sau hell. Schlechte Qualität. So sieht es bei uns gerade vor der Tür aus. Und was das krasse ist, wenn du senkrecht nach oben guckst, sieht es so aus, als ob ein... Hallo? Wenn du senkrecht nach oben guckst, sieht es so aus, als ob einfach Saurons Auge auf dich runter guckt. Das ist knallrot. Und dann strahlt es so... rot runter, aber gleichzeitig auch grün. Strahlt es runter. So sieht es gerade aus, wenn ich an den Strand gehe. Richtig krass. Richtig cool. Gut, dass ich rausgegangen bin. Ich habe schon mal Nordlichter gesehen, aber in Schweden. Und da war es richtig so dick und zäh. Da hat es wirklich so wie so Pastel in den... in den Himmel gemalt. Hier ist es natürlich nur ganz schwach. Aber wenn du in der Dunkelheit stehst, und vor allem das Handy macht halt alles hell, dann siehst du es richtig gut. Also wenn ihr gerade irgendwo hinkönnt, wo das extrem dunkel ist, komme ich rum dann. Hey. Silent Hill geht draußen los. Ich glaube, du hast... Hast du nicht einmal gesagt, ich gehe raus, sondern hast du sie gesehen? Ja. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Müssen sie mal vorankommen. Sicherheit, Rezeption, Toilette, da kommen wir nicht durch. Untersuchungszimmer kommen wir nicht rein. Oh, da kommen wir durch. Warum bin ich da nicht weiter? Ach, da habe ich gesagt, okay, dafür fühle ich mich nicht bereit. Stimmt, du hast die Bilder in Discord gestellt, ja. Ne, mit dem Auge hast du auch erkannt. Du standest wirklich da, kannst draußen dich hinstellen, und du siehst um dich rum, der ganze Himmel ist grün und rot. So, sehr gut gesehen. Aber als ich in Schweden war, da, also, da hat der Himmel geleuchtet grün. Jetzt ist der Himmel leicht grün. Und hat halt diese Schlieren, die sich ganz langsam bewegen. Als ich in Schweden war, haben diese Schlieren sich extrem schnell bewegt. Aber es ist wirklich, als ob da ein Pinsel durchgeht. Aber wenn du da jetzt so eine Langzeitbelichtigung machst, dann sieht es bestimmt auch krass aus. Wie wäre ich jetzt hier umsonst? Kann auch gar nicht sein. Achso, ich kann... ...sit vergessen. Hier ist einfach gar nichts. Ist wahrscheinlich auch nur in Norddeutschland. Also, ich weiß nicht genau, wo du bist, aber... Ich glaube, wir sind auch mal in Bayern raus aufs Land kurz. Ich glaube, da haben wir eher nach Meteoriten geguckt. Was ist der Unterschied zwischen Meteorit und Asteroid? Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay, ich soll mich im Eingangsgebiet umschauen. Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay, das ist der Hinweis für den Code. Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay. Rätseltime. Schwestern, Ärzte, Bäume. Schwestern, Ärzte, Bäume. Eingangsbereich. Schwestern, Ärzte, Bäume. Also, das sind Bäume. Vier. Vier Bäume. Moment, alles, was da steht, habe ich. Verminderte Appetit, Schlaflosigkeit, Verlust von Interesse an Freude, Gefühle von Wertlosigkeit, vermindertes Denken und Konservationsvermögen. Bitte kontaktieren Sie es vor deinem Arzt, Leute. 911. Scheiße. Remember. Schwestern, Ärzte, Bäume war es, oder? Schwestern, Ärzte, Bäume. Bäume habe ich. Bäume vier. Schwestern. Vielleicht die Kittel oder so. Schwestern, Ärzte, Bäume. Statuen. Nein, das war nur ein Joke. Natürlich sehr ernst. Wenn ihr das wirklich spürt, geht zum Arzt. Da wird ihnen geholfen. Vielleicht auch BetterHelp. Alle YouTuber sagen immer, BetterHelp ist so gut. Aber irgendwie gibt es dafür auch so viele schlechte Bewertungen. Ich habe einmal eine Story gehört von einem YouTuber. Der hat tatsächlich sich an BetterHelp gewandt, einfach um quasi einen Therapeuten zu haben. Und das Setup von ihm war so gut. Also es war halt so ein Setup. Jetzt nicht so RGB-mäßig, aber es war halt eine gute Kamera, ein gutes Mikro. Und dann wird er da mit einem Arzt verbunden. Oder mit einem Psychologen, Therapeuten. Und dann ist der Therapeut so so seltsam. Und er fängt halt an zu erklären. Und dann irgendwann ist der Therapeut so... Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber im Endeffekt hat der Therapeut geglaubt, das ist ein... Ah, hier sind die Ärzte. Das ist ein Scammer. Oder halt einer, der das aufzeichnet und dann auf YouTube stellt. Der hat quasi... Weil die Qualität so gut war, gedacht, der will ihn reinlegen. Oder halt verarschen. Und hat dann einfach die Stunde abgebrochen und aufgelegt und gesagt, ich lasse mich nicht verarschen und sowas. Und dann dachte er so, Hallo? Was ist, wenn ich gerade wirklich so ein ernster Fall wäre und die krasseste Beratung bräuchte? Und dann ist einfach der Psychologe so, ich glaube ihm kein Wort, ich lege auf. Weil die Qualität so gut ist. Und er hat ihm das auch komplett erklärt mit YouTuber und sowas. War dem egal. Der hatte Angst, reingelegt zu werden. Okay, Okay, zwei Ärzte. Vier Bäume. Lass mich raten, drei Schwestern. Das ist ein bisschen wenig. Irgendwo ein Bild von der Schwesterschaft brauchen wir. Die Schwesterschaft. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was sie anklicken können. Attention Employees. Das ist komplizierter, als du dachtest. Was der Unterschied zwischen Asteroid und Meteorit ist. Oh, Schwestern. Habe ich irgendwas verpasst? Vielleicht ganzer Eingang. Ich peil's nicht. Sie ist im Eingangsbereich, deswegen so weit weg darf ich nicht. Das war kein Pokémon-Youtuber. Genau genommen war das Ted Nevison, der das erzählt hat in seinem Podcast. Hat jemand eine Ahnung? Bin ich blöd? Ist das kein Bild? Steht das in irgendeinem Dokument? Und ich hab's nicht gelesen. Alle. Ich muss die Nummer alle. Alle Mitarbeiter. Aber hier ist auch nicht der Angangsbereich, um genau zu sein. Es muss wirklich... Oh Gott, hier. Wie schaffe ich es, hier die ganze Zeit durchzugehen und nicht diese eine Stelle zu sehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, zwei, vier, sieben, zwei, vier, Reihenfolge sieben, zwei, vier. Ja, tatsächlich, sieben, zwei, vier. Meine Güte, das hat viel zu lange gedauert. Nimm doch einfach alle Schlüsse. Keller. Natürlich. Gut, da hängen da hängen noch sechs Schlüssel. Fünf Schlüssel. Ich hasse es, dass ich irgendwie aus Versehen einen zweiten Speicherstand gemacht habe. Ich mag das ohne Ordnung nicht. Und ich es nervt auch, ich kann den nicht einzeln löschen. Bei Playstation kann ich nur alles löschen, was das Spiel anbelangt. Also, insgesamt Speicher. Keller. Astronomie ist das richtige Begriff, ne? Weil es gibt ja Astrologie und Astronomie und Astronomie ist das wissenschaftliche und Astrologie ist der Humbug. So, wir sind im Keller. Also, was finden wir jetzt? Die Schwestern. Come on. Zu groß. Die Schwestern ist open. So, Aufzug. Wir müssen den Strom anstellen. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Wir müssen die Kabel reparieren. 43 Schuss inzwischen. Gute Nacht. Erschreckt die mich einfach. Ah. Ist die da Zeit für Gegner? Wir hatten lang genug keine. Ja, was passiert wohl? Oh, wir brauchen Öl. ein Notaggregator. What things? Was reden wir? Alles gut, alles gut, Mary. Maria. Ich seh dich. Du Sucker. Ich hab dich gesehen. Er ist nur so langsam, der James. Was ist so langsam? So. Ich hab's echt gesehen, aber dann hab ich schon nach links unten geguckt und dann hat's ewig gedauert, bis ich wieder zum Gegner gucken konnte. Ich kann auch die Empfindlichkeit hochstellen, aber es soll ja auch schwerfällig sein. Okay, ich muss wieder um die Ecken gucken, ey. Okay. 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 da. Nicht plural. Eins. Hab ich gesehen. Gekillt. Es kam, ich sah, ich siegte. da ist schon das Benzin. Steck ich kurz in mein Jackentäschchen, in mein Jopperl. So, hier ist das Radio abgegangen. Wo bin ich? Wo bin ich schon gewesen? Okay. Soll ich zurückgehen und den Generator jetzt anmachen? Oder war da gar keine Flüssigkeit dran? Leerer Benzinkasten, hey. Ich schau alles. Okay, das Ding können wir bewegen und wir sollen es wahrscheinlich dahin bewegen. Hier muss noch ein Gegner sein, weil es hat feines Radio sich kurz gedreht. Schwein, du Schwein. Wo warst du? Wo warst du? Hier war es. Oh, du Sau. Ich habe so geguckt, aber dann ist da einfach noch eine kleine Lücke zwischen dem Schrank gewesen. Oh, unfair. Unglaublich. Ne, nicht unfair. Super. Super gemacht. Ja. Darf ich dich jetzt Mary nennen? So am I. My wife. Ich habe überlegt, ein Teleskop zu kaufen, aber für Birdwatching. Ich weiß, es klingt super alt. Aber ich stelle mir das so cool vor, einfach da zu sitzen, Musik zu hören, Podcasts zu hören, keine Ahnung, und einfach Vögel in der Distanz anschauen. Aber Astronomie ist halt auch sackengeil. Ich habe das Gefühl, Astronomie ist noch schwerer, wobei es andere sind Vögel, die sich bewegen. Du hast eins auch noch nie benutzt. So ein richtig fettes für Planeten anschauen. Ich sehe dich doch. Werde ich besser? Wird James besser? Werd ich besser? Oder werden die Gegner dümmer? Cool. Ich habe gerade hier gedrückt. Wo kam es her? Es ist wieder aufgewacht. Es war so programmiert, dass es wieder aufwacht, obwohl ich es gekillt habe. Der Rundgang ist offen. Ich kann jetzt hier einmal rum. Den Generator müssen wir anmachen. Aber ich habe immer noch kein Benzin gefunden, oder? Wäschelager, Wäschelager, Lager, Heizungsraum, Heizungsraum. Ich habe da nichts reingefüllt. Hier irgendwo muss was gewesen sein, wo ich anzapfen kann. So, hier bin ich noch nicht hoch. Ich habe das Geräusch gehört. Du bekommst unerklärlichen Gründen bekomme ich immer negative Gefühle, wenn ich über Planetenuniversum etc. nachdenke. Naja, es bedeutet halt, dass wir winzig und unbedeutend sind. Ich habe heute beim Autofahren auch irgendwas kurz deswegen gedacht. Was war das nochmal? Warum habe ich das gedacht? Irgendwas beim Autofahren auf dem Weg zur Apotheke, um geimpft zu werden. Mein Arm tut so kacke weh. Krankenhaus Bokälen. Ja, was hatte ich nochmal gedacht? Mann. Ich bin so vergesslich geworden. Nichtigkeit. Nichtigkeit gibt es nicht. Noch dieses andere Wort, dieses deutsche Wort, was Amis immer sagen aus Spaß. Weltschmerz. Ist das nicht Weltschmerz, was niemals, jemals ein Deutscher benutzt als Wort? Guten 2 Uhr Nachts Themen. Aber was habe ich denn da gedacht? Aliens. Okay, wartet. Auf jeden Fall sowas in der Art. Einfach aus dem Nichts habe ich drüber nachgedacht. Aber ich finde das Gefühl eigentlich eher cool. Okay, war da kein böses Gasoline. Wenn ich drauf schieße, Spiel vorbei. Ich werde, sie schreit jetzt. Ich muss zu ihr. Das machen die auch extra, dass die dann einfach da steht. Jetzt muss er da sein, oder? Ich werde es jetzt wissen, woher das Geräusch kommt. Aber gut, wir müssen eh hier lang. Warte, ich komme gleich drauf, an was ich heute gedacht habe. Wir hätten lang keine Käfer mehr. Die Einstiegsgegner. Radio? Ist okay? Jetzt geht es gleich ab. Ich will noch kurz drauf kommen, an was ich gedacht habe. Ich habe gedacht an Wissenschaftler. Und dass sie es geschafft haben. Keine Ahnung. Nee. Aber halt irgendwie so was wie wichtig und bedeutend und alles. Ich finde es eher einen coolen Gedanken. Das, ja, jetzt weiß ich es. Dass immer wenn Leute traurig sind oder irgendwas, kann man sich einfach noch mal vorstellen, wie die Wahrscheinlichkeit, dass du existierst, ist quasi weniger als Null einfach. Die Chance, dass du jetzt gerade hier sitzt und existierst, ist einfach, wenn wir es mit Shiny-Handen vergleichen, 1 zu ne, 1 Million so ungefähr. Weiß ich gar nicht. Nicht 1 Million, glaube ich. Und einfach, dass du existierst, ist einfach so krank, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich das gar nicht mal so depressiv darüber nachzudenken, sondern eher faszinierend und positiv, dass du einfach diese 80 Jahre auf diesem Planeten lebst und vielleicht der einzige Planet, der überhaupt existiert. Auch wenn wir winzig sind im Vergleich zu allem anderen da draußen. Deswegen ist es ja so krass, weil da draußen so viel nichts ist, dass du trotzdem ein komplettes Leben hast und alles. Aber da draußen existiert einfach für Lichtjahre lang nichts. Aber du existierst halt trotzdem. Können wir da jetzt durch, oder? Ich habe Angst. Gehen wir ein bisschen schneller, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Da kriecht was. Ich möchte es ablenken von dieser Tür. Wenn ich an der Tür vorbeigehe, kommt hier was raus. Nein. Okay. Trotzdem. Noch einmal habe ich noch nicht gecheckt. Es ist alle Prolöse und bedeutend erscheinen. Ja, eben. Wo ist das hergekommen? Alles gut. James regelt. Was, wenn ich auf Alarm drücke? Ashley, wo ist das? Ich komme hier, wo ist das? Was? Wie ist das? Ich komme hierover. Ich komme hierher. Ich komme hierher. Ich komme hierher. Maria? Von einem Whiskyglas? Ich hole dich hier später ab. Lecker Matratze. Ich wollte dich fragen, was du nicht finden kannst, was du machen kannst? Die Frau hat mich da zwei Stunden nervös? Nein, das ist cool. Ich finde es gerade schade, dass ich nie Philosophieunterricht hatte. Ey, wenn ich in der Schule damals oder in der Uni Philosophie hätte haben können, hätte ich jetzt sofort genommen. Ich glaube, es ist vor allem cool, so am Anfang, wenn es jetzt irgendwie der dritte Kurs ist, so für Fortgeschrittene oder so, dann würde ich vielleicht auch irgendwann noch sagen, what? Es fing ja schon an... Da ist M drin, okay. Es fing ja schon an, wenn man so Deutsch hatte und dann hat man so eine Gedichtsinterpretation und dann war so, okay, die Vorhänge im Gedicht sind blau. Was mag das wohl bedeuten? Naja, die Vorhänge sind einfach fucking blau. Halt die Klappe. Aber in Wirklichkeit fing das ja schon an mit Philosophie so ein bisschen. Wenn man in Deutsch irgendwie so Gedichte interpretiert hat und sowas. Da hatte man ja schon oft die Kretze von. Aber trotzdem bin ich... Aber da war man auch vielleicht zu jung dafür. Aber in der Uni... Aber ich glaube, in der Uni gibt es oft Philosophie-Kurse. Aber nicht das, was ich studiert habe. Aber ja, ich würde es sofort nehmen. Ich finde es so cool, diese Gedankengänge von irgendwelchen alten Philosophen, die alle verrückt erklärt wurden. Aber im Endeffekt... Ich finde Philosophie nur interessant. Ich glaube nicht, dass Philosophie unsere Welt groß besser machen kann. Wobei... Halt schon, aber... Raus! Nee. Ich hätte gerne Philosophie-Unterricht gehabt. Zumindest... Den Anfängerkurs. Mit Philosophie lernt man zu denken. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dafür ist Mathe da, Leute. Deswegen haben wir Mathe gehabt. Da lernt man zu denken. Probleme zu lösen. Jawoll. E-Funktion. Kann man da reinlangen? Wieder ein Loch zum reinfassen. Ich liebe Mathe. Ja, ich habe in Mathe Abitur geschrieben. Gesprochen. Entschuldigung. Hallo Sinimini. Ich liebe Siniminis. Langsam wiederholen wir uns in den Räumen. Jetzt schon. Jetzt ist es schon wieder so dunkel hier. Habe ich nicht gerade den Strom angemacht? Können wir nicht einfach das Licht... Das wäre so geil, wenn am Ende im letzten Kapitel finde ich einfach raus, dass man Lichtschalter betätigen kann. Hier schläft Maria, Maria. Krankenschwester, jawoll. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Oh. 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 Ich finde es interessant, dass sie so fallen. Ich meine, das ist nachvollziehbar. Ich hätte es auch sofort gemacht. Aber ähm. Interessante Entscheidung. Ich glaube, immer wenn die fallen, fällt sie so. Und besser ist es. Das ist hier nicht Nier Automata, was wir spielen. Das ist ein ernsthaftes Spiel. Wo ein Ende des Spiels... Okay, ich kann euch sagen, was ein Ende vom Spiel ist, okay? Wenn du irgendwie es schaffst, gewisse Entscheidungen zu treffen, ich habe keine Ahnung mehr welche, gehst du, nicht am Ende vom Spiel, aber irgendwann in der Mitte vom Spiel, gehst du in ein Zimmer rein. Und dann siehst du da wie so in Matrix Teil 2 so ganz viele Bildschirme, wo du das ganze Spiel aus verschiedenen Perspektiven siehst. Und davor sitzt ein Schieber und kontrolliert alles. Da ist das Spiel zu Ende. Das ist ein optionales Ende, was man nur extrem schwierig findet. Und es soll quasi sagen, dass Schieber Gott ist und oder halt die Matrix kontrolliert, in der sich James befindet. Deswegen ist auch ein Kostüm der Schieber Kopf, weil so ein Schieber mit so einem Mikrofon sitzt da und kontrolliert quasi die Matrix. Der Hase weiß ich nicht. Aber das ist ein Ende, was man extrem schwierig findet. Oder man muss komische Sachen machen, um es zu finden. Das ist jetzt nichts, was man so findet, außer man sucht danach. Hört sich sau cool an. Ich bin gespannt, wie die das hier gemacht haben. Es sieht wahrscheinlich dann voll echt aus, wie da so ein Schieber sitzt. Okay, ich brauche drei so kranken Markierungen am Armband. Krankenarmbänder. Patientenarmband. Patient. Kennzeichnung. Symptome. Aggressives Verhalten. Derzeit der Therapie fortsetzen. Okay. Schlüssel. Nicht neu. Oh, ich habe wieder auf neu gedrückt. Gott. Ich drücke jetzt einfach immer auf neu. Halluzinationen. Und da finde ich wahrscheinlich die verschiedenen Armbänder. Wir suchen nicht, wir finden die Armbänder. Rätsel. Gute Nacht, Itachi. Ich gucke mir später definitiv noch die Enden auf YouTube an. Es gibt zwei lustige Enden und der Rest ist halt gutes Ende, schlechtes Ende, böses Ende, trauriges Ende. Es gibt nicht so viele, vier Stück oder so. Drei Stück. Je nachdem. Es gibt ein Ende für Pazifist, also wenn du keinen Gegner umbringst. Es gibt ein Ende für halt gewisse Entscheidungen treffen und so. Du hast die Polarlichter gesehen. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ja. Du hast die Polarlichter gesehen. Ich bin deswegen auch nochmal raus. Ja, hast du es mitgekriegt. Hast du sie sehen können? Und ich werde sie töten. Okay, so viele Räume. Alter. Holy shit. Das waren neun Schüsse. Ich glaube, einen habe ich daneben geschossen. Wahrscheinlich sind Kopfschüsse natürlich besser, aber ich traue es mir nicht zu. Ganz einfach. Deswegen finde ich so viel Munition. Hast du sie echt sehen können? Geil. Ich bin Darth Vader, eigentlich. Okay. 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 Ich muss die ganze Zeit gucken, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich gehe. Ich habe letztens ein TikTok gesehen und es war so eins, wo man so wütend wird, weil man ewig lang nicht selber nachgefragt hat, sich also nachgedacht hat. Ich dachte immer und viele von euch auch wetten, es heißt oder ist es vielleicht sogar einfach fake wie der scheiß TikTok. Muss ich jetzt googeln. Es heißt Schnitzeljagd. Okay. Wie heißt das? Das Spiel, wo man so nacheinander Briefe finden muss mit Rätseln? Schnitzeljagd, oder? Aber warum sollte Schnitzeljagd heißen? Macht doch gar keinen Sinn. Ein, zwei Sterbehanditionen bei der Nurse hätten nicht geschadet. Ach, lass sie doch zusammenfallen. Schnitzeljagd? Schnitzeljagd. Ich weiß, was kommt. Ist das nicht Schnitzeljagd? Ja. Also ich habe gerade gegoogelt und da stand Schnitzeljagd auch genannt Schnitzeljagd. Ist das so ein Ding, was über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg einfach von der Menschheit, von der deutschen Menschheit immer wieder falsch verstanden wurde und dann mit der Jahr, mit der Generation hinweg wurde Schnitzeljagd gesagt, obwohl es nichts mit Schnitzel zu tun hat und es heißt eigentlich Schnitzeljagd? Wie kommt sowas zustande? Wie sagt irgendjemand aus Spaß mal, oh Schnitzeljagd, gell? Und dann über Generationen hinweg wird der Witz weitergemacht, dass es vergessen wird, dass es ein Witz war? Es heißt Schnitzeljagd anscheinend und es macht viel mehr Sinn. Darmumkleide. Oh James. Kleiner Lüstmolch. Da ist die Shotgun in der Darmumkleide. Was wärs gewesen hinter der Tür, Mann? Ich wär so ein guter Cop. Ich wär so ein guter FBI Agent. Ich würd einfach jeden Winkel. Nix würde ich vergessen. Außer vorhin den einen Schrank da, den hatte ich vergessen. Sind nicht auch Monster aus den Spinden gefallen? Lächel doch nicht bei so nem Teddy James. Ja. Aids. Kann ich jetzt damit für immer Türen aufmachen oder nur einmal? So, wo ist der Gegner? Okay, das dauert. Okay, Karte. Was hab ich mit dem Messer, was ich aufgesammelt hab? Also wir haben Schrotflinte, Pistel. Komm. Eine Nurse muss ich jetzt mit der Schrotflinte weghauen. Ist bestimmt ein One-Shot, ne? Der Name war schon immer weird. Schnitzeljagd. Warum heißt das denn Schnitzeljagd? Aber ich hab's halt nie hinterfragt. Einfach, er ist halt dumm. Dummer Name. Ist die eigentlich blind? Oder... Sind die so... Eigentlich sind die nicht blind, glaub ich. Die können dich schon sehen. Aufenthaltsraum der Schwestern. Sollten wir die aufbewahren, die Munition, oder? Aber auf der anderen Seite... Ein Schuss gegen acht Schüsse. Hallo. Das war so daneben und trotzdem... Hallo. Alter! Die wollten grad loskrammeln. Ich stell die Arme doch nicht beim Fernsehen. Hi Uwe, gute Nacht. Klassiker. Mein Vater hat mir und meine Cousine auch immer erzählt, dass braune Kühe... Kuckuck... Ja gut. Aber okay, das glaubst du halt als Kind. Aber es ist Schnitzeljagd? Dass braune Kühe Kakaomilch geben? Ich kam da recht zügig drauf, dass das Bullshit ist. Aber meine Cousine hat das Jahre später erklärt, dann an meine Freunde erzählen wollen. Ja, klar, da ist man jung. Das ist doch einfach lustig. Und klar glaubt man das als Kind. Weil es auch logisch ist. Warum nicht? Aber... Warum muss ich 35 Jahre alt sein, um zu realisieren, dass Schnitzeljagd kein Begriff ist, der Sinn ergibt. Sondern es einfach von Schnitzeljagd kommt. Oh, da ist hier schon immer Schnitzeljagd und jetzt mit... Jetzt kommen die Trolls und wollen uns sagen, nee, nee, ihr seid alle dumm. In Wirklichkeit war die Belohnung immer ein Schnitzel am Ende. War nicht die Belohnung sogar ein Schnitzel am Ende? Hast du nicht am Ende tatsächlich ein Schnitzel gefunden, was eingepackt ist und dann hast du es gegessen? Nee, Moment. Egal. Dann wär ich dabei. Wenn ich ein Schnitzel gratis als Belohnung kriege, da ist der Biest dabei. Ist das immer noch das gleiche Treppenhaus? Nee. Das muss zu sein. Ja. L1, aber da ist ein Schlüssel. Okay. Du wachst nicht auf. Wohin mit dem Ding? Ich denke schon die ganze Zeit wirklich sehr vorsichtig. Weil es hätte jetzt sein können, dass dahinter einfach etwas kniet. Was man nicht gesehen hätte. Hab ich jetzt gesehen. Was ist denn das? Da hinten? Da. Ja, das war so klar. Auf! Welche Tür denn jetzt? Da ist die Tür noch gar nicht aufgegangen. Die draußen? Wo ist die? Was? Oh ne, fängt jetzt an was an den Wänden zu krabbeln. Oh nein. Schnitz. Schnitz. Schnitzeljagd. Ah, dass man was einschnitzt. Markierungen. Schau. Wie du neumodern die Gen Z will uns nur verwirren ey. Nächster Schnitz. Nächster Schnipsel. Das kommt von Schnitzen in den Baumschnitzel. Achtung. Bam. Das Mädchen wurde heute eingewiesen. Armes Ding. Es hat kein Wort gesagt. Sie sitzt einfach nur da. Den Kopf in den Händen. Schluchzt und zittert. Ich hab sie ins Bett in der Ecke gebracht. Sieht so aus, als hätte sie sich ein bisschen beruhigt. Sie hat mich sogar angelächelt, glaube ich. Dann schießen wir mal ins Gesicht. Ein bisschen da was und da. Ich glaub ich seh die ganze Zeit nicht das, was ich sehen soll. Ich glaub da krabbelt wirklich was. Und ich hab's wieder nicht gesehen. Wie seh ich diese Sachen da unten? Jetzt wärs hier lang. Aber hier ist nix. Aha. Wohin? Wie? Gute Nacht Fahr Sky. Hier werden Fragen gestellt, die ich mir nie selber stellen würde. Ja. Ich hab da noch viel mehr. Leon, nein! Jetzt ist es wieder wie Matrix. Neo. Sie sind in der Wand. 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 Hm? Hm. Achtung. Warum helfen Sie mir nicht? Warum sperren Sie mich hier ein? Mit ihm? Mit Doktor? Mit dem Doktor aus Human Centipede? Wie hieß der? Doktor Schwarzmeier? Doktor Schmidt? Er war auf jeden Fall deutsch. Wo sind wir? Wir sind immer noch? Wir sind komplett runter in den ersten Stock wieder? Okay. Oh, ein Armband haben wir. Seht ihr? Ich wär so ein guter Cop. Der Bösen hätte keine Chance. Oh mein Gott. Komm, einer reicht. Anderthalb reichen. So ein guter Cop. War das das Viech, was die ganze Zeit gekrabbelt hat? Also wir haben noch keinen neuen Gegner? Okay. Also da raus. Ich weiß es doch nicht. Wir können ja jetzt nicht so viel mehr machen. Ich weiß nicht, ich hab das Armband gefunden. In der Nadel, die du in einem Teddybär gefunden hast. Kann ich... Ach, die kann ich kombinieren? Nee, 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 nee. Also vielleicht, aber... Muss nicht sein. Ich will hier nicht noch irgendwo da... Speichern. Soll ich wieder hochgehen und das Armband einfach mal einsetzen? Aber da dürfte eigentlich nichts passieren. Ähm... Dann gehe ich... Wieder im Treppenhaus nach oben. Oder geht jetzt hier auch der Aufzug? Vielleicht geht hier auch der Aufzug. Jetzt ist wieder dunkel. Aber gut, jetzt könnte es tatsächlich langsam so dunkel sein. Oh, es geht. Wenn was schief gehen kann, kann es schief gehen. Aufzüge erinnern mich eher an Dead Space immer. Minus eins. Da haben wir alles gemacht, die Minus eins. Alarm. Erwarte immer das Unerwartete. Du wirst das auch mal spielen wollen. Dann hoffe ich, dass ich dir noch nicht so viel verraten habe, gezeigt habe. L3. Hä? Hä? Achso. Noch. Noch weiter. Maria. Nicht aufwachen. Was ist mit der Musik? Was denn? Was denn? Musik, was denn? Was denn? Ich bin blind? Ah, hallo. Sie ist anders gefallen. Wenn sie nach vorne fallen, fallen sie anders. Sie hat zwei Fallanimationen. Es ist schön, dass Maria so gut schlafen kann. Ich sag's euch, die ist gar nicht echt. Deswegen schläft sie so gut. Was passiert hier drin? Ja, es krabbelt. Okay, dann nehmen wir jetzt auch mal die andere Waffe. Da krabbelt was. Schwer zu treffen. Okay, fuck it. Manchmal hören sich Geräusche an, als ob jemand in meiner Wohnung rumläuft. Das ist das Creepieste, finde ich, wenn das Sounddesign so gut ist. Das ist manchmal auch in Streams so, wenn die irgendjemanden haben. Also wenn das Mikrofon so gut oder halt so schlecht ist, keine Ahnung, dass man Leute in der Wohnung hinten rumlaufen hört und das hört sich dann echt so an, als ob man selber jemanden in der Wohnung rumlaufen hat. Creepy. Da bin ich hergekommen. Oh mein Gott, wie ich gleich Panik mache. Boah, shit, da passe ich einmal nicht auf, weil ich dachte, das war's. Oh Gott, ey, ich gleich einfach mit meiner Pistole rumschieße. Wenn du irgendwas nicht erwartest, du Panik, einfach sofort Panik, das ist so schlecht. Da will man sagen, dass man ein krasser Gamer ist und dann kommt ein so ein Viech und man macht sofort Panik. Anstatt einfach gechillt zurückrennen oder einfach zu zielen gescheit. Nein, Panik. Ich glaube, wenn ich alle ihre Bilder finde, ist das Ende auch anders. Ich glaube nämlich, das sind Bilder von Mary, die die Story quasi sagen, was mit ihr passiert ist. Also wenn du alle findest. Ich weiß es nicht mehr so genau. Was habe ich jetzt da drin gefunden? Nix, oder? Auf wer habe ich das jetzt alles gemacht? Hier keine Arme, Ralf. Gar nix. Achso, wegen dem Bild habe ich es gemacht. Ja, okay. Das stimmt wohl. Ich glaube nicht, dass ich alle habe. L2, L2, da bin ich noch nicht lang gegangen. Schwester im Zimmer habe ich auch noch nicht. Fuck. Der Code wurde auf die Zeilen zurückgesetzt, die wir gestern im Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte auf, euch die Codes auf kleine Zellchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Aufenthaltszimmer der Ärzte? War ich da schon? Aufenthaltsraum der Schwestern, Aufenthaltszimmer der Ärzte? Das ist hier gar nicht. Das ist Keller. Aufenthaltsraum, Aufenthaltsraum der Ärzte. Da waren drei Zahlen. Ich meine, ich kann wieder Schwestern, Ärzte und Bäume nehmen. Was war 724? Das kann es nicht sein. Warum sind es vier Nummern? Okay. Dann gehe ich runter zum Aufenthaltsraum der Ärzte. Nee, 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 nee. Das ist nicht. Nein. James hat nicht seine Frau hier kennengelernt. Glaube ich. Die Story ist auf jeden Fall, also warum Frau tot und was jetzt ist mit Brief und sowas, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so. Ihr braucht keine Story erwarten, die wie so ein Krimi jetzt sich auflöst. So, keine Ahnung, er hat sie umgebracht oder sowas. Sowas braucht ihr jetzt nicht erwarten. Das ist eine sehr kryptische Albtraumgeschichte und jetzt nicht irgendwie, ja, was ich gesagt habe. Gute Nacht wäre sie. Ich gehe aber, ich höre auch bald auf. Ich will nur irgendwie, aber das ist noch ein großes Level hier. Okay, gehe ich einfach runter. Ähm, runter gehen. Das ist bei C1, da war ich noch nicht. Schon? Sag nicht jedes Mal schon, nee. Sag nicht um zwei Uhr morgens schon. Warum ist hier ein Fragezeichen? Auge. Hier ist noch eine Patientenakte. Ich weiß noch, dass ich im Wasser lag. Schön leer. Und dann spürte ich ihn. Spürte, wie er mich anstarrte. Spürte, wie es wuchs. Ich musste raus. Musste fliehen. Aber er verfolgte mich. Ich starrte mich weiter an. Ich musste es rauslassen. Jetzt bin ich wieder leer. Schön leer. Können wir wieder zum Schwimmbad? Jetzt. Auge. Burger. Hier kann ich zurück. Wenigstens endlich mal. Okay, gut. L1 weich. Habe ich da die Tür nicht gescheit aufgemacht? Ich habe auch den anderen, warte mal, ich habe das andere Treppenhaus gar nicht genommen, oder? Da komme ich nämlich ins komplett anderen Bereich. Oh Gott. Okay, das ist noch ein großes Level. Ich will einmal gucken, ob wirklich in einem Aufenthaltsraum ein Code ist, den ich benutzen kann. Wie soll ich eigentlich noch weiter hoch können? Mit einem anderen Treppenhaus dann. Warum? Jetzt ist auch noch eins. Ich habe rechts. Hallo. Hinter mir. Neben mir? Hinter mir? Wo? Du lebst noch? Da waren hinter mir auch noch Geräusche. Der Kopf ist so geil gemacht. Der Kopf ist so geil gemacht. Okay. Aufenthaltsraum der Ärzte. Ach, da komme ich noch gar nicht hin. Deswegen muss ich das andere runternehmen. Oder den anderen Aufzug, der natürlich komplett im Arsch ist. Okay, okay, okay. Okay. Also ich muss zum anderen Aufzug, äh, Treppenhaus. War das jetzt nur bei der Ender ist wahr? Ja, das haben wir zum ersten Mal gesehen, wie die ihren Kopf so krass dreht. Aber die sind bekannt dafür, dass sie das machen. Aber die sind bekannt dafür, dass sie das machen. Also das machen die auch, glaube ich, im Film. In den Spielen haben wir uns, glaube ich, bisher noch nicht gesehen, weil die Spiele alle eine alte Grafik haben. Aber vielleicht hat man es auch schon in den Spielen vermutet, dass die sich so bewegen. Weiß ich gar nicht mehr. Naja, die sind cool, Mann. Die sind cool, die Nurses. Und ich habe noch keine... Keine hat mich auch nur ansatzweise getroffen bisher. Das waren immer nur die dummen Krabbeler und so. L1 muss doch offen sein. Habe ich das echt nicht von innen aufgemacht? Anscheinend. Okay, Treppenhaus. Mal schauen, ob ich hochkomme. Ich komme hoch. Ich höre sie. Aber warum denn auch? Achso, weil sie einmal kurz gesagt hat, du hast Mary gar nicht geliebt. Ja, sie weiß zu viel. Wir müssen Laura zum Schweigen bringen. Sie weiß zu viel. Nö, dann gehen wir jetzt erstmal wieder runter. Wenn jetzt hier wieder die Monster kommen, dann gehe ich jetzt erstmal runter. Das sehe ich ja gar nicht ein. Ich höre sie zu, ich komme gar nicht runter. Okay, hä? Wie soll ich dann zum Aufenthaltsraum kommen? Das ist jetzt verwirrend. Wie komme ich denn dann? Wie komme ich denn dann? Das heißt, Schwimmbad, da ist ja sogar ein Schwimmbad. Ist da etwas? Auge sagt Schwimmbad. Das heißt, ich muss wirklich vielleicht im dritten Stock was machen, um dann in den ersten Stock hier in den Teil zu kommen. Aber ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel vor uns. Das Krankenhaus ist ein fettes Level. Und ich kann nicht mehr. Mein Arm tut höllisch weh von den Doppel... Von den... Hallo, guten Tag. Das Geräusch kommt von hier. Das Geräusch kommt einfach von hier. Meine Arme tun... Meine Arme tun komischerweise weh. Geht's morgen weiter? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht jede Nacht Rosa komplett allein da vor dem Fernseher sitzen lassen. Will ich auch nicht. Aber wobei... Das Wochenende stream ich wahrscheinlich nicht. Also vielleicht morgen nochmal und dann Wochenende und dann Montag. Ich bin jetzt zu müde und das ist noch echt viel. Wenn ich die Konzentration nicht habe. Also ich spiele wirklich langsam, ne? Merkt ihr? Man kann das ganze Spiel, glaube ich, in zwei Stunden durchspielen. Also so war es zumindest beim alten Teil. Hier sind es wahrscheinlich mehr. Ich weiß auch, dass die Review, die ich angeschaut habe, hat gesagt 16 Stunden. Aber ich spiele ja wirklich sehr langsam und suche wirklich jede Ecke ab und so. Also ich werde, glaube ich, schon 20 Stunden brauchen. Wir sind nämlich schon bei sieben. Und ich weiß, Krankenhaus ist noch nicht sehr weit. Aus meiner Erinnerung. Ich spiele aber auch immer so. Also ich persönlich spiele nicht so. Aber ich spiele halt auch nicht mehr so viele Spiele, neue Spiele oder andere Spiele. Dass wenn ich mal 60 Euro ausgebe, dann will ich es auch genießen. Und deswegen, ich genieße ein Spiel mehr, wenn ich streame. Weil ich für euch dann auch langsamer mache und halt wirklich die Story und so vorlese oder so. Selber würde ich wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, was ich privat machen würde. Ich würde mehr durchrennen, mehr drauf gehen, mehr neu laden. Mehr da lang rennen. Nochmal neu laden. War mit lauter. Aber dann, für die anderen Durchgänge, für Platin, würde ich dann natürlich durchrennen. Ist das kleine Mädel das Häschen aus den Zeichnungen? Warum wird sie immer gejagt? Alter, du passt ja mehr auf als ich. Daran habe ich nicht gedacht, dass das vielleicht das Mädchen ist in den Zeichnungen. Vielleicht. Das ist auch ein schöner Bildschirm. Wartet kurz. Ich meine, wenn der liebe Dito... Dienstags... Nee. Mittwochs und Donnerstags da ist. Und heute ist wieder Donnerstag. Dann gehen wir halt wieder zum Dito. Es ist niemand anderes da, den ich raiden könnte zu später Stunde. Der streamt schon wieder seit 7 Stunden, der Bub. Der ist so krass. Der ist so krass. Wir gehen wieder zum Dito. Ich schicke euch da rüber. Und wenn ihr ins Bett geht, gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Buh-See. Bye bye. Dankeschön fürs Da sein. Untertitelung. BR 2018